Jetzt werden wir mal gespannt. Kampagne. Fortsetzen? Ich habe ja nichts angefangen. Waren wir mal auf Standard. Veteran ist wahrscheinlich, so wie ich das kenne, wieder nach dem Motto Limited Saves etc. pp. Ähm, du hast noch nichtmals in Veteranenmodus nichtmals mehr die Bänder die Uhren rausgeschnitten. Äh? Was hast du dann? Nichts, Mann. Du hast halt einfach nur ein bisschen stärkere Däwner, mehr nicht. Ah, wir reden über Corona. Nice. Nicht mal in meinem Stream habe ich meine Ruhe davor. Corona gonna give it to you. Why is this real life footage? Weil sie dachten, scheiße, wir hatten kein Geld mehr zum animieren. Wir brauchen jetzt Statisten. I mean, what the fuck? Keine Ahnung. Was macht Pee Wee Herman in diesem Spiel? Ist das in-game Grafik? Okay, I guess. Das ist halt wirklich alles Real-Life-Dienst-Zeug, das wir da gerade haben. Oh, boy. Anfangs ist echt ein bisschen weird. Why? Oh, boy. Ohne Witz, ich guck zu meinem CPU rüber. Mein CPU lacht. Aktuell. Aber trotzdem sind da so komische Ruckler. Das liegt am Spiel. Shadow, du weißt ja auch, ich habe ja einen relativ guten Rechner. Ja, ja. Nur das Problem ist, sobald ich solche Ruckler sehe, will mein Kopf instant gucken, was ist falsch. Weißt du? Ähm, du. Mein Rechner ist mir durch das Spiel abgeschmiert. Oh, nice. Das wird ja immer schöner. Oh, boy. Oh, Gott. Diese Szene. Oh, ich hasse diese Szene. Oh, Gott. Ich will nur sagen, sie ist geil. Also, im Endeffekt, der Effekt ist geil. Die First Person ist halt einfach nur scheiße. Dieses First Person, was sie dort haben. Weißt du, das First Person... What the fuck is this rain? Das First Person... Mir... Ich muss durch den Monsoon. Alter. Das First Person hat mich nicht immer gestört. Das, was mich ja am meisten abgefuckt hat, ist... Wer geht dir bitte mit Schuhen schlafen, Alter? Ich kann ja nicht mal runtergucken. Sie hat in Paranoia gelebt, die Dame. Weil sie halt 24-7 beobachtet worden ist und sowas alles. Könntest du jetzt bitte auch unter Spiel zu spoilern, Keks? Danke, er spielt's gerade. Ich komme immer noch nicht über diesen Regeneffekt klar. Ich habe das Gefühl, ich wohne unter einem Wasserfall. Wieso? So ein bisschen aussehig verwebt, schon. Oh, Alter, ich verstehe, was ihr... Ich verstehe, was ihr meint mit fucking Motion Sickness. Alter, ich will die Kamera eigentlich gar nicht bewegen. Ja. Mir ist richtig schlecht geworden dabei. Ja, ich meine, die Ruckler machen es nicht besser. Vor allem, ich kenne Resi 7 Flashbacks und mir wird noch schlechter dabei. Oh, Alter. Punkt 2. Warum lässt man das Wasser über Nacht an? Ja, gut, das ist tatsächlich eine solide Frage. Deswegen haben Leute also Klopapier gehortet. This is what Corona does to you. Sie nimmt's erstaunlich gelassen. Ich habe immer gedacht, sie grinst. Wieso der Joker? Aber das ist glaube ich nicht so... Das ist nur der Dreck-Effekt da an der Seite. Das war Risen, ich übertreibe. Roll Credits! Erstaunlich gelassen. Ja, normalerweise... Ne? Okay, wir machen das jetzt anders. Ist ein bisschen leise. Ich mache jetzt das Line Art in Paint to Psy und dann packe ich später ein Clip through Studio Paint zum Kolorieren. Das fuckt mich so ab gerade. Fuck dich nicht ab, lernen lesen und schreiben. Oh, Alter. Tiffy! Oh, can we end this? Ja, kannst du. Oh, wie? Indem ich wieder das Wasser ausmache? Ja, es ist in Arbeit. Ich will hier raus. Lichtschalter. Jetzt wird's dann gleich besser. Vor allem, ich meine, ich hab das Spiel nicht mal auf höchsten Einstellungen. Ich glaub, da ist sogar echt noch Luft nach oben bei mir. Ich hab's bei mir auch nur auf mittleren Einstellungen. Das war am, äh, der ohne Ende. Mal gucken hier, weil das, das kommt mir echt merkwürdig vor. Ähm. Das ist auch so eine Sache. Weißt du, im Traum, da lief der Wasserhahn. Da denkst du dir noch so, ja, okay, ist ein Traum. Kann ja schon was sein. Jetzt ist sie wach und der Wasserhahn läuft auch. Warum? Ähm. Verschwendung. Wow. Okay, irgendwas fand mein PC gerade überhaupt nicht witzig. Hallo? Hallo? Okay, ihr seid noch da. Das war gerade, irgendwie hatte ich hier gerade einen kompletten Freeze. Das liegt mit am Spielen. Du, äh, das, das ist, das kannst du mir nicht sagen. Doch. Nee, das ist, nee, komm. Kann ich hier noch irgendwas runterschalten? Schatten braucht kein Schwein. Anti-Analysing würde ich vielleicht ein bisschen runter machen. Und die Textur und Qualität würde ich ein bisschen runterstellen. Blumen braucht auch kein Schwein. Machen wir mal ein Mittel. Textur und Qualität fahren wir auch mal ein bisschen runter. Dann fahren wir mal ein Mittel. Mittel ist ein gutes Mittelmaß. Weil, wie gesagt, hier Anti-Analysing runterdrehen. Äh, Anti-Analysing. Wo ist er denn? Bin schon bald vorbei. Ist weiter hoch. Müsst du höher. Äh, zu Cheryl einmal. Ähm. Dem glaub mal bitte nicht ganz. Mit dem RE4 Remake. Wir haben dort noch keine offiziellen Quellen. Ich hab von meiner Quelle, hab ich auch noch nichts gehört. Okay. Hat er es jetzt übernommen? Steht so aus. Oder kann ich das irgendwo generell... Ach so. Ähm. Wie lange brauchst du noch? Ah, das brauchst du noch so lange. Schärfe Tiefen. Ja, das mag ich sowieso nicht. Das darf gerne generell aus. Bin ich sowieso kein Freund von. Bewegungsunschärfe. Oh Gott, nee. Warum... Why even? Okay. So, sparen wir schon mal etwas an... Dingens. Das... Das ist ein bisschen besser jetzt. Nein, hau im Ohr. Oder auch nicht. There's no time to explain. Oh shit, it's Nemesis. Oder der Klopapiermann. Eins von beiden. Okay. Läuft. Alter. Okay. Ich hab zwar gesagt, rufen in Architekten, aber ich hab nicht gehofft, dass das so wörtlich gemeint wird. Da hat er grad eine Tür nach mir geschmissen. Okay Bitch, I'm Audi. Sei ja. Gewalt gegen Frauen. Nicht so abhängen, Mann. Das ist ungesund. Wie hat der das da überhaupt hingeschafft? Warum hängt der da? I mean, what the fuck? Alter, Kumpel. Oh, Nemesis, wir werden gute Freunde. Ich merke das jetzt schon. Um die Ecke biegt, Lord. Vielen Dank für den Sub, mein Dude. Okay. Hab ich mich grad... Hä? Hä? Wat? Wat? Willkommen, Action Move. Ich hab mich durch die Tür materialisiert. Gewöhn dich dran. Das passiert öfters. Ja, das passiert öfters. Geil. And he's back! Ach, Nemesis, doch nicht gleich beim ersten Mal. Pain, pain, lots of pain. Oh. Alter. Ist das... The Game crashed? Ist das Game jetzt tot? Oder bin ich jetzt tot? Nee, oh. Nö, einfach nur kompletter Abbruch gerade. Nice. Ich wieso nie. Das Spiel kommt überhaupt nicht mit dem klar, ey. Nee, ich war für eine Sekunde gerade offline. Aber jetzt ohne Scheiß. Mein PC sagt eigentlich... Fuck this shit. Warte mal. Nächster, bitte! Haltet mal kurz... Haltet mal ganz kurz an, ja? Just a second. Ähm, zum einen... Ähm, wo war das nochmal? Nee, das war hier. Ich merke schon wieder. Alter, vor allem, das ist ja... Das ist ja nicht mehr feierlich. Ähm... Wollen wir mal kurz gucken. Nö, also mein... Ne, PC sagt okay. Ist alles soweit Roger. Alles Roger und Roger. Weil, ohne Witz, das geht schon über Probleme hinaus. Alter. Ich fahr mal noch ein bisschen runter, glaube ich. Aber das klingt ja nicht mehr gesund. Okay. Ähm... 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 So, lass mal, lass mal so. Äh... Die laufen Models von den Leuten, by the way. Määää. Ja. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? 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 Ich hab Tofußchen. Geh, du mal, Brad. Ärger nicht. Geh, mach. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Was ist das für ein Flimmern? Das ist nur... Hä? Dieses Flimmern ist nur in den Cutscenes? Ich glaube, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, warum sie da sind. Das hat nicht mal irgendwie einen Effekt in der Cutscene. This game baffles me. Alter. Alter. Mein Gott, man busen. Das soll Sprinten sein? Nennen wir es Sprinten. Alter, die Cutscenes sind ja mal... richtig kacke. Ja, nur die Cutscenes haben dieses Problem. Das eigentliche Game nicht. Das eigentliche Game sieht okay aus. Das Game so oben. Jetzt ohne Scheiß. Das hab ich selten gehabt. Dass die Cutscenes schlimmer aussehen, als das eigentliche Game. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Schnauze, du bist nicht echt brav. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Spray, sie kann da. Geh, sie kann da. Geh, sie kann da. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh, sie kann da. Ja, ohne Witz. Das eigentliche Game sieht besser aus, als die Cutscenes. How? Das ist schon, das ist schon Resi. Einige nennen's auch Resident Laggy. Okay. Oh, that's nice. Oh, oh, mein Gott. Ähm, ich betitel Resistance gerne als das neue S-Rohr. Also, ähm, bei Resistance ist es so, wenn der Mastermind, also wenn du Mastermind, der Mastermind muss das Spiel hosten. Geh doch selber zum Parkhaus. Und wenn der Mastermind, wenn der Mastermind eine scheiß Internetverbindung hat, leckt für alle Atmos. Bleib zurück! Komm ja nicht näher! Los, kommen Sie! Du hast ein Helikopter, der Sie Sicherheit bringt. Welche Sicherheit! Ich geh da nicht raus! Alter, was bist du für ein Goblin? Du siehst aus wie Hammerhead! Heißt das ein Gong-PC oder alle haben Lags? What the fuck? Äh, nee. Scheinbar... Nee, das Ding ist... Scheint ja überall zu sein. Ja, das Ding ist, äh, Sharo, also ich hab das Let's Play sowohl bei Market Player und auch bei Jacksepticeye geguckt. Und auch noch bei Crank Gameplays. Die haben alle mega gute PCs. Und die haben alle diese Rockler. Und bei allen hat das geleckt wie Scheiße. Es liegt am Spiel. Ich glaub, das verträgt sich im Sonderen auch nicht mit Streamer, das ist auch fair. Guck mal, ich wollte letztens nämlich ja, ähm, den Resistance streamen. Scheinbar ist es sogar hab auf Konsole oder hab Lags. Ja. Ach, du Heilige. Kann auch sein. Aber jetzt ist halt wirklich... Es ist halt wirklich so, ähm, ich wollte ja letztens auch Resistance streamen. Konnte man vergessen, man hat den Viashow. weil das Spiel dir einfach so den Leifen runterreißt. Ja klar, du musst in dem Moment den Host. Alter. Ja, da hätten sie das echt anders le... Sprachzentrum. This is kinda unplayable. Ich kauf das Spiel jetzt nicht nochmal. Also... Ich hab's ja eigentlich geholt, weil ich mit, äh, Holo und Keks Resistance spielen wollte. Normal, hätte ich sonst auch gesagt, ich hol's mir für, äh, für Konsole. Bin ja halt eher so ein Konsolen-Kiri. Dann Zero mal ein bisschen schneller dürfen, noch nicht nur Zero. Ich hoffe, dann hauen die zumindest noch einen Patch raus, um das Ganze halbwegs akzeptabel zu machen. Aber das ist ja... Ich mein, sorry, also... Es ist ja auch nicht so, dass mein PC jetzt gerade sagt, boah, I wanna die. Nee, wie gesagt, das liegt nicht am PC. Ich glaub euch das ja. Das ist nur für mich so. Mein Hirn will das nicht wahrhaben irgendwie, dass ein Capcom-Game gerade nach dem, was sie letztes Jahr fabriziert haben, so scheiße programmiert ist. Wer weiß, welches Team... Ja, ich wollte grad sagen, ein anderes Team. Komplett anderes Team. Das ist gut auch, das war's. Das Spielen. Äh, vor allem Nemesis sieht aus wie die Mumie gerade. Jetzt bin ich doch! Alter! Deja vu! I just been in this place before! Übrigens, Shadow, du weißt, was wohl mit dem Typen passiert ist, der vom Balkon gestürzt ist, ne? Ich hab so das Gefühl, das passiert mir jetzt auch gleich. Guck mal, was bei dir passiert. Ach, nö! Oh! Curb-Stomped! Mit dem Auto! Du lebst noch! Ah, ja, I'm okay! Welche, welches Stockwerk waren wir noch mal? Achte, neunte? Kann das mal einer zurückspulen? Das war vorhin im Dings zu sehen. Im, äh, im Fahrstuhl. Vor allem schäm dich, dass du Ifans Auto kaputt gemacht hast. Das ist Ifans, sein Auto? Ja. Ja, das ist er recycelt. Sehr schön. Ich, ich hatte sein Auto und sein Charakter nie gemocht. Normalerweise wäre ich mega dead. Aro, Vorschein, du hast dir aufgefallen, vorher hatte Jill kein Holster gehabt. Dann hat sie diese Waffe aufgenommen und auf einmal ein Holster gehabt. Jetzt, wo du es sagst. I mean, ich mein, Nemesis denkt sie auch so, ich bin Terminator. Tan, 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 tan. Ja, ne, da Kaula ist er nach oben. Richtig, lass den Raketenwerfer fallen. You know, das Ding, was ziemlich helfen könnte. Das Ding, das leergeschossen ist. Wo hat er in die anderen zwei Raketen gelassen? Oh boy. Oh boy. Aber, ja, ich verstehe jetzt aktuell, Keks, ich verstehe komplett, was du meinst mit das Spiel hat dein PC gecrashed. Alter. Ich habe keine Ahnung, was es mit meinem PC macht, aber es gefällt ihm nicht. Ich glaube, wir sind sicher. Aber Herr, eine gute Sache hat, du hast Auto-Sales. Ich glaube, die werde ich auch brauchen. I mean. Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, verstehe schon. Wo ist dein Akzentwetter, Carlos? Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier hinzugehen? Hält's gut. Außen sieht er halt gut aus. Ja. was weißt du, wenn ich das mache? Also ich habe mir ja die alten Bilder mal von Carlos angeguckt, beziehungsweise du hast ja in dem Spiel auch noch einen Skin, wie er denn eigentlich aussieht. Aber ich finde das, aber ich finde das neue Design eigentlich, also ich habe mich eher auf die alten Sachen bezogen, weil das neue sah irgendwie eklig aus. Dürfen wir sowieso mal kurz dran anmerken. Wir sind gerade mit dem Auto aus einem was weiß ich wie viel hohen Stockwerk gecrashed und können auf einmal wieder normal laufen. Sprinten und alles. Ach, du kröhn dich dran. Die Frau wird sehr, sehr viel fallen. Nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Alter, weißt du, Jill tough hin oder her, ne? I mean, oh Alter. Hö, in der Frau. Die Schäden werden platscht, dein Gesicht werden platscht. Du gegen Umbrella? Oh my God. Das ist no guy. Oh. Oh, das kann nicht sein. Seine Lockerung. Es ist nichts hier. Wo kann hier, was kann hier Legs veranstalten? Kommst du mit? There is nothing. Ist der, ist der Reinigungswagen hier? Frisst der so viele Ressourcen? Nein. Carlos, seine Locken. Ah, seine Locken. Ja, es sind die Locken. Ja, ich merke schon, sie waren zu sehr damit beschäftigt, jedes einzelne fucking hart zu animieren auf Jills Kopf. Mit Liebe. Aber, oh, ich bin halt wirklich so, ich finde halt wirklich, den alten Carlos halt so vom Aussehen auch ein bisschen cooler als wir den neuen jetzt. Der neue sieht auch gut aus, ja. Aber, ähm, der alte hat mir einfach auch irgendwie so, ist irgendwie mehr gefallen, auch mit seinem Akzent. Ja, gut, okay. Okay, ich meine, okay, Akzent kann ich verstehen, weil ich mir so denke, ey, der, wer mag nicht einen guten Akzent, weißt du? Aber, ich dachte mir so, der alte Carlos, da aus wie so ein Babyface. Er einfach so zurückgeht, Haare und was weiß ich was. Diese nette junge Frau. Der war cool. Ich war, ich meine, er sah okay aus, aber, ne. Ich weiß nicht, den neuen finde ich viel cooler, der ist echt fancy. Du hast die signierte junge Frau nicht nach ihren Namen gefragt. Alter, der Typ sieht aus wie Bill aus Left 4 Dead. Das ist wahrscheinlich eher. Bill, 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 Bill. Bill, 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 Lüfte, den Tunnel dafür noch hatten, immer nach Rutsch. Michael. Komm, was. Ey, ich nenne mein Kind, wenn ich es irgendwann habe, auch irgendwas. Irgendwas, Schoschmann. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, warum musste man die Haare so brutalst überdesignen? Bei wem? Bei allen. Na, so überdesign sind die gar nicht, die Haare bei, zum Beispiel bei Jill. Das ist wirklich eine normale Frisur, die, die, äh, ist sogar machbar so. Ja, bei Jill, Jill ist ja noch okay, aber ich glaube, Carlos ist viel schlimmer. Carlos ist, Carlos sind auch normale Haare. Aber ich bin auf deren Seite. Das ist wirklich eine Haarstruktur, die so existiert. Alles klar, wir wollen dasselbe. Sie sehen so lockig aus. Ja, aber es gab wirklich eine Person, die solche Haare hatte, weil die haben das ja alles eingescappt. Ich weiß, was das ist. Weil die kompletten Klamotten, die du dort siehst, existieren auch in echt. In Capcoms Lager. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Ist gut. Vorräte, oi oi oi. Ja gut, und Carlos Frisur, der Typ ist Südamerikaner. Also. Eben. Wenn ich einfach mal überlege, zum Beispiel hier, meine Freundin Kat, die durfte die Original RE2-Klärjacka tragen. Sie durfte Props anfassen. Ich bin da voll neidisch auf sie. Das Kat, die tragen durfte. So basically, Munition herstellen wie in Resi 2. Good to know. Yep. Nothing has changed. Weil im Original war das auch so, das ist halt alles hier Dings. Ist nicht wahr. Wer im Dritten war mit Muni herstellen. Ja gut, im Original im Dritten hast du jetzt zum ersten Mal Muni selber hergestellt mit einer Presse. Eben, mein ich ja. Ey, aber ich mein, wie lange ist das Spiel jetzt draußen? Über ne Woche? Länger sogar. Dass es noch nicht denn wenigstens mal ein Patch gab für sowas. Freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Und hier spielen Animal Crossing. Aha. Sudden Death Bowling? Das ist ein Film, den würde ich sogar gucken wollen. Plötzlich Todbowling. Geil. Ohne Scheiß, das wäre was, das könnte noch witzig sein. Das klingt wie so ein richtiger Trash-Horrorfilm. Oh, wow. Wahrscheinlich bohlen sie da mit Bomben oder so. Ein Schießfilm. Ein Schießpulver. Objekte kommen hier. Wie gesagt, Shero, das ist ein komplett anderes Team, was das gemacht hat. Ein komplett anderes Team. Mittlerweile heißt es ja nur noch Featured by Capcom. Ja. Supported by Capcom. Oh, boy. This is no good sign. Wo ist Capcom geblieben, wo letzte Woche, äh, Quatsch, letzte Woche, letztes Jahr so gut performt hat? Ja, die waren auch damit beschäftigt, das will ich vom Zweiten zu programmieren. Wolfgeist HD, danke fürs Followen, mein Dude. Der dritte Teil hätte noch ein Jahr Entwicklung pur gebraucht. Allein um so diese technischen Probleme auszumerzen. Du hast doch noch eine Kiste, Shadow. Äh, was? Siehst du da diese Kiste? Die hier? Geh mal zurück. Die, die mit den Orangen ins Tripond. Ja. Was ist da mit? Nimm mal dein Messerchen. Du kannst punch! Die sollten hier noch aus dem Simpercard vorkommen. Was hast du in RE4, 5 und 6 gemacht, wenn du eine Kiste gesehen hast? Äh, I punched it. Ähm, achso, warte, genau so. Also, jetzt nicht die Kiste, die andere, die sind mit geklemmt. Achso, die meine, achso, stimmt, die Assets, ja, jetzt erkenne ich sie auch wieder. Die Kiste. Aber er kann die kniften, die ist zugeklemmt. Ja, ja, das ist das Klebeband, da brauchst du ein Messer für. Ja, ja. Sieht fast so aus, als könnte ich es stärken, wenn ich das richtige, was auch immer einlege. Das richtige, was auch immer. Oh, ich mag das richtige, was auch immer. Ich hab mir ja auch so langsam gesagt, das Gefühl, die paar Leutchen, die vom Capcom dran rumgepostelt hatten, waren die Idioten, die sie verbrochen haben. Hätten sie nicht die Revelations-Menschen ranlassen können? Die waren in der Zeit noch beschäftigt, die Abteilung von Real Remake 2 zu unterstützen. Komm mal. Das ist sad. Oh shit. Ey, das ist mein Safe Room. Was? Ausweichen? Oh, look at this sick move. Wir müssen move'n. Das sieht echt merkwürdig aus. Vor allem, ich bin einfach mal wieder weggedodged. Super sick move. Tschüss, Zombieman. Man sieht sich. Zombieman. Take me by the hand. Take me to the land. Did you understand? Did you understand? Hey, na, schmeckt's? Oh, hi. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Oh, schön. Das haben sie behalten aus dem zweiten. Fucking, Gegner sind Bullet Sponges. Boah, Alter. Nice. Ich meine, das war so eine Sache, die hat mich im zweiten schon so ein bisschen gestört. Dass sie so viel ausweiten? Ja, ja, dass du wirklich in den Kopf Patrone nach Patrone nach Patrone entlädst und die sich denken so, what is this? What is this? What is this magic? By the way, ich bin mir ziemlich sicher, dass Feuer so nicht funktioniert. Ach, das wird noch richtig schön, wenn das Feuer plötzlich noch in der Luft brennt. Ich find's aber geil, dass sie alle hier dieselben, dieselben Verschlüsse haben. Aber ich dachte, ich bin Master of Unlocking. Ja, wenn du nur deine Pistole mitnimmst und aus irgendeinem Grund vergisst, deinen Schweizer Taschendienst nicht einzupacken. Na, Jungs. Oh, du bist da. Guck mal an die, zu den Plakaten, da weißt du, woher ich meine Tomaten habe. Oh, nee, dann will ich da gar nicht hingucken. Das ist das Unterlag. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du weißt, die Gasse die brennt? Hashtag, ich kann die Tomate sparen. Wer hat die Tomate als Emote? Cat. Ach du Scheiße. Warte mal. Rechts? Du, ich bin bei Cat ein Subscriber. Wo meistest du die Tomate? Hm? Oh, okay. Ja, ich glaube, ich habe gerade keine Zeit für Tomaten. Warum? Ich glaube, ich kriege gerade ein bisschen Besuch. Oh. Oder soll man hier noch eine Kiste? Ähm, yeah. Achso, schüttet er gar nicht mehr lang. Ähm, ja. Oh! Oh! Oh, 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 die Dodge-Mechanik ist ja mal broken. Ja, ist sie. Das Ding ist, die brauchst du leider auch. Vor allem, habe ich das gerade richtig verstanden? Hat das Spiel fucking perfect dodge ist? Ja. Oh no. This is a fighting game now. Äh, eigentlich, wenn du wieder zurück zum Laden gehst und da mal hinguckst, da siehst du die Tomaten. Ja, ich habe gleich auch noch Zeit für Tomaten. Außerdem, ich habe die, glaube ich, im Chat gerade genug gesehen. Aber Tomate! No. Du weißt, dass ich diese Tomate gerne spame. Ja. Und das sind dann so diese Momente, wo ich es bereue, dass ich bei Nightbot nicht eingestellt habe, dass man so was unterdrückt. Ey! No touchy! No touchy, no touchy. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Okay. Es gibt auch mal keine friedliche Lösung. Äh, oh no. Ich hole die Fässer. Darf ich dir nur einen Tipp geben, Shadow? Na? Achte einfach mal, ob du da so rote Fässer findest und dann guck mal, was du mit den Fässern machen kannst. This one? Da müssen überall irgendwo rote Fässer sein und überleg mal, was du mit denen machen kannst. Ah, yes. Okay. I see. Rote Fässer im Videospielen. Oh, ich frage mich, was die denn kann. I wonder what it does. Ich will es dir nur als Tipp geben für später. Weil später muss... Als Tipp ist, wird er ins Gesicht gedrückt. Oh, jetzt mal ein bisschen weniger Backseat Gaming. Der soll er alleine machen. Deswegen habe ich gefragt, ob ich sagen darf. Lass ihn einfach machen. Zu kompliziert ist das Spiel jetzt nicht. Oh, hi. Ach, sag, guck mal. Das können wir... Jetzt können wir es ja mal ausprobieren. So, Jungs. Reit euch mal ein bisschen ein. Holy shit! Das ist effektiver, als ich erwartet hätte. Okay. Macht Big Boom. Ich habe mit Boom gerechnet, aber nicht mit Big Boom. Na? Ich möchte einen Moon-Donut. Du willst ein Foto mit dem Astronauten auf der Bank haben. Oh, fuck. Ich... Ich will den Donut! Ich will den Green Earth Donut haben! Das ist echt kleines, fast große Wirkung. Der Donut bringt zwei, drei Tagen rum. Wie effektiv ist das Messer hier? Will ich es ausprobieren? Ich glaube, nein. Ach, Gott. Das Messer habe ich bei jedem Durchlauf direkt in die Kiste geworfen. Nimmt noch Platz weg. Echt so worthless? Groß... Boah, Alter. Boah, wie sind Legs. In der Hälfte der Zeit packen mich die Viecher aus irgendeinem Bullshit-Grund. Habe ich ja eben gerade gesehen. Da lag einer auf dem Boden und er grabt mir... Wo kommst du jetzt schon wieder her? Also das Messer hat hier nicht mehr so diesen Grund von wegen Instant-Verteidigung, wenn du angegriffen wirst. Das hast du generell nicht mehr. Du musst die Granate jemals selber ausrüsten auf den Slot. Das Messer genauso. What the fuck? Yep. Why should... Aber du hast Dutchess. Ich habe... Boah! Messer ist wertlos in dem Spiel. Okay. Schmeißen wir das Ding halt gleich bald in die Tonne. Bei der nächsten Gelegenheit. Gut, als Sonderwaffe kannst du noch ein brenntes Messer kaufen. Aber... I mean, that's kind of my thing. Ich meine, that der hier... Sinnvoll... Da mehr als die Viecher ein bisschen anfackeln tust und damit halt wurscht ich auch nicht. Oh, hi! Äh, drum ist es ein... Haarwasser... Rot... Haarwasser von Umbrella. Wieso muss ich jetzt an diese eine Szene von Dr. Dragon denken? Gehirnwäsche, Shampoo und Schädelcondition. Literally. Contrainer Condition... Äh, das ist einfach nur fest. Dann gib mir, dass du es übernommen hast und ich nicht. Aquacure-Königin. Aha. Hm, ein Schießfilm. Ich hab so das Gefühl, das ist genau dasselbe... Ähm... Okay, die... Ne? Also, als Resi-4-Fan ist sowas immer... Wird auch sowas nie langweilig zu sehen. Just saying. Also, so diese random Ultra-Crits, die werden auch mir nie langweilig. Ach, gewöhn dich dran. Wenn du so einen Perfekt-Dodge ausführst, hast du dann auch Zeitlupe drin. Ach, hab ich da echt noch Zeitlupe nachher drin, ne? Ja, also wenn du halt, äh, wirklich einen Perfekt-Dodge hinlegst, dann hast du wirklich Zeitlupe, mit denen du Headshots landen kannst. Are you fucking serious? Ja. Wir haben wirklich nichts an Bullshit weggelassen. What the fuck, why? Das... Action-Movie. Ja, also das klingt für mich jetzt echt immer mehr nach einem Action-Movie. Und weniger nach dem, was ich im Zweiten so gefeiert hab. Wie gesagt, Shaddy, du weißt, dass ich ja der Schisser vom Herrn bin. Ich hab eher gelacht. Du, ich find's bislang auch sehr witzig, dass, äh, Nemesis einfach sich denkt, so, boah, ich komm durch den Boden. Fuck you, bitch. Ja, hochwertiges Scheißpulver. Und nur ne Shotgun. Kraut. Ja, gut. Na. Hey, na? Na, Biggie? Weißt du, aber das sind so Gameplay-Faktoren, wo mich nicht mal stören würden. Es stört mich halt viel eher, dass es so unpolished ist im, ja, im Performance-Design. Das stört mich viel eher. Oh, hi. Das ist viel effektiver, als es sein sollte. Wow, okay. Ich bring mich wieder da. Oi. Äh, das ist das hochwertige? Ja, okay, nice. Ich komm mal noch mal kurz was zu trinken. Oi. Weil, ohne Witz, also, was ich ja am zweiten, also am Remake von zwei gefeiert hab, war einfach die Tatsache, dieses unglaublich geile Sound-Design. Du hast dich einfach eingeschissen, wenn du irgendwo was gehört hast. Das passiert jetzt sogar im Zeitpunkt. Das befürchte ich leider auch. Oh, hier gibt's Klopapier. Ich komm jetzt mal. Oh, hier ist auch noch ein Fass. Ich meine, die Fässer scheinen ja nur absolut OP zu sein. Ja gut, an den Elektro-Generatoren bist du ja auch schon vorbei. Hier waren drei. Ich hab zwei davon schlicht und ergreifend mit einer Bullet ausgelöscht. Alter. Dem hab ich die Mütze vom Kopf geschossen. Ich bekomme dann eine Achievement. Oh, grad nicht. Beziehungsweise nicht mal eine Achievement. Ist eine von diesen, ja, du kriegst Punkte-Optionen. Ah. Ich glaub, 50 Zombies die Mütze vom Kopf. 20, 50. Ja, klingt nach Spaß. Also halt die ganzen Sonder-Sachen kriegst du ja wieder vier Punkte freigeschaltet. noch mehr grünes Kraut und Schmuckkästchen. Und ein Typewriter. Oh, ach so, das ist ein Safe-Room hier. Oh, nice. Kann ich nicht, das Messer in die Tonne kloppen. Tschüssi. Weg damit. Äh, das verstauen wir mal auch. Brauchen wir jetzt grad auch nicht. Äh, Objekte untersuchen. Hat sich also auch nicht verändert, wirklich. Boah, shit. Das ist der Rubin aus Jojo. Nice. Outline mal mitnehmen. Ah, nee, warte, ich hab doch ein rotes bei mir. Ah, nee, äh, rot. Und dann packen wir das zusammen. Packen euch mal beiseite. Dich brauch ich, glaub ich, auch grad nicht. Willst du Kisten aufballern dann? I mean. Ach Gott, die eine Pistolenkugel macht den Braten nicht fett. Zumal ich dann wahrscheinlich ja eh zwölf oder so dadurch wiederkriege oder was anderes, was in etwa so viel wert ist. Also Pistolenmunition ist nie die Mangelware in dem Ding. Das haben wir auch grad so die Befürchtung. Oh, achso, hier bin ich jetzt wieder. Okay, tschüss. So, we came full circle. Kann ich mit einem Tresen? Nee, da ist zu. What the fuck? Mach Keks da. Die haben wieder ihre Fünf-Minuten. Cool. Ja, genießt einfach die Aussicht und schöne Wette. Bolzenschneider. Na. Noob. Stimmt, hier wollte ich noch rein. Ja, irgendwie okay, du walkst hier einfach längs, okay. Fisch, Mann. Löschschlauch. Okay. Okay. Guck mal, die einen Tag schlimmer haben und seine Flinte besorgt für jeden Fall, weil das bald fast überläuft. Ich will meine Flinte erstmal in den Kasten ein, da soll dein Dieben sicher sein. Und da geht, schneide die Kette durch und benutzt die Waffe, bitte nicht überstehen. Okay, hier war offenbar Frank West am Werk. Ah. Ich habe herausgefunden, wie ich Giftgasbomben bauen kann. Richtig Objekte. Du lässt mich allein auf dem Klo. Nein. Hat das Spiel mir das jetzt empfohlen, dass ich den... Egal. Fuckin. Das Spiel will dir immer den Assisted-Modus andrehen. Mal davon abgesehen. Also, das hat er jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Ja, Mensch, mein Dude, vielen Dank fürs Followern, würde ich sagen. Oh. Aber erstmal muss ich Schlappen feststellen. Ah, ich habe die Collectibles gefunden. That's nice. Diesmal sind sie ja die Charlie-Dotes. Hm. Ähm. Na gut. Okay. Alter. was zum schmack haben wir schon mal ein feuer also ein schlauch schon mal gucken was haben wir denn eine hier waren wir genau genau hier war das ich kann von der dingsleiter genau alles gut vielleicht habe ich glück vielleicht bekomme ich ich habe gerade mal freundin gefragt ob sie mir demnächst ich muss mir erst mal daran gewöhnen dass ich diesen komischen dodge move habe das ist absolut ungewohnt am bein festbeißen so eine mechanik die schon im zweiten so viel spaß war das hier oh hi hi officer tür ich will noch einmal zurück ich wollte noch mal kurz was gucken gut ich verstehe schon spiel ich gehe nicht zurück aber gut ok 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 So, Jill, pack mal deinen Schlauch weg Ah, Bolzenschneider Schnulzenbeider Ein Snurbenbörbler Ist jemand hier drin? Ich glaube, das Spiel will mir sagen, ich soll den Bolzenschneider benutzen. Das ist auch so eine Vermutung. Da baue ich wahrscheinlich dann einfach, genau, ja, Dietrich. Ja, haben wir schon gedacht. Moinsen! Ich bin wegen meinem Ölwechsel hier. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, mein Gott. Nein, 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 bitte. Jetzt ist er mit Sicherheit nicht infiziert. Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringt deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Und wo ist deine Bill-Mütze? Das ist für Ehe die Frage. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Oh. Bumbum-Munition. Stimmt, jetzt kann ich mir ja die Flinte holen. Oh, wenn mich die Lags abhalten, nicht abhalten würden. Oh, let's see that. Keks sagt ja so, man hat das Spiel innerhalb von vier Stunden durch. Jetzt mittlerweile muss ich, glaube ich, eher fragen, mit oder ohne Lags? Das, glaube ich, fiel eher die Frage mittlerweile. Das bleibt beim Selben. Die Hälfte davon sind Cutscenes. Mh, nice. Notiz eines Elektrikers. Ah ja, jetzt heißt es auch von wegen. Schieß mal gegen so einen Generator. Macht bestimmt Spaß. Mach doch. Total glaubwürdig, dass du einen Generator anschießen kannst. Wenn das die Generatoren? Ja, ne? Wenn es Funken spratzt. Yeah. Wow, okay. Ähm. Ach, verloren die Dogger sind weg. Two letzte Dogs out. Ach so, da muss ich nicht. Okay. Boah, Alter. Das sind die Hunde, die ich muss eher kaputt lachen im Spiel. Scheiß, wie? Warum muss für Jill immer alles schwarz und weiß sein? Gibt es, by the way, irgendwie eine Karte oder sowas? Hier, ja. Ach, du Kegi. Ich hätte vielleicht mal eher zurückgehen sollen. Na egal, kriegen wir schon hin. Oh, Alter. Backtracking or bonecracking? Aua. Oh, hi. Crap. Noch einer. Wunderbar. Ist nicht zufällig, was zu essen. Nö, Schießpulver. Ah, okay. Quick turn. So, this is how you quick turn. In Russia. Okay. 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 Das war mein Handy gerade. Das klang ungesund. Dämonen aus der Hölle. Dämonen? Er hat Dämonen? Cool. Cool. Oh, ein rotes. Cool. Ah, Sherry, ich antworte dir mal kurz, wenn ich hier das ganze Zeug weggeräumt habe. Zeitung überall. Sag mal so, wenn ein Nemesis jetzt gleich vorbeikommt, können wir ein Problem haben. Ich habe nämlich ausgerechnet jetzt mein ganzes Zeug. Okay, hat sich erledigt. Hier ist ein Safe Room. Okay. Hat sich erledigt. I'm not in danger anymore. Und ich kriege auch noch mehr Inventarplatz. Just for the fuck of it. Kima, danke für den Sub, mein Dude. Rausnehmen. Combine. Und schlucken. Nee, nicht rausschmeißen. Schlucken. Nemesis, aber kein Neville, Bro. Warum? Nemesis. Nemesis. Schmalchieses. Ausbrüche der ganzen Städte haben wir geplant. Schon mal reingeladen. Wir haben eine Situation von Neville. Wir haben bitte noch Neville. Ne, vier. Trennschalter. Okay. Bah, meine ganze Nase juckt. Dann musst du deine ganze Nase halt kratzen. Ja, ich versuch's. Oh Gott. Jetzt stell dir vor, deine Nase juckt und du bist Voldemort. Phantomschmerzen. Entschuldigung. Warum mache ich wem Angst? Wie kann ich Leuten Angst machen, hä? Du bist ein Emu. Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass du Leuten Angst machst, als dass ich Leuten Angst mache. Das auch. Ich find's ja vor allem geil. Und man kann nämlich auch dazu sagen, wie, wenn hier wer schlechter Einfluss ist, dann bin das ich. Nicht du. Na. Nur mal so. Ist es, kommt's mir nur so vor, oder ist es mittlerweile in jedem Resi-Spiel, dass sie irgendwie begründen müssen, wie fucking Kräuter funktionieren? Ja. Oder warum sie funktionieren? Ja. Ja gut, da ist es wenigstens noch glaubwürdig als im Sieben, wo dir plötzlich eine Hand nachwächst. Ja gut. Oder ein Bein. Du kommst definitiv wieder. Gib mir mal deine Schatulle und du, ne, kommst wieder und erschreckst mich. Ich meine, okay, ich verstehe das jetzt so für neue Spieler, dass sie dann halt, wenn sie es nicht wissen, dass ihnen das erzählt wird. Kurze Frage, hört man bei mir grad was im Hintergrund? Ich höre gerade nur Imbiss-Moment bei mir. Oh, Dietrich. Der krumme Dietrich. Ne, war unten im ersten Stock mit besaugt. Nicht, dass das irgendwie durchkommt oder so. Da musst du mich muten. Oh, warte mal. Ich muss noch mal zurück. Deswegen sag ich ja, ich werde wahrscheinlich trotzdem ein bisschen länger brauchen als andere, weil ich hab so eine Macke für Backtracking. Ich erinnere mich dann so, da war Shit, da möchte ich nochmal kurz hin und das holen. You know? Ja, das Traurige ist, es ist die einzige Stelle im Spiel, wo du diese Art Backtracking wirklich betreibst. Ja. Okay. Der Rest, da komme ich jetzt sowieso nochmal hin, oder wie? Da bist du zwangst Holzen so reingeworfen. Das stimmt eigentlich, jetzt soll ich ja wieder zurück zur U-Bahn-Station. Und jetzt habe ich einen Bolzenschneider und einen Dietrich. Ergo, ich kann eigentlich jedes Obstacle überwinden, was mir bislang in den Weg geworfen wurde. Zumindest so gut wie jedes. Du bist auf dem Nemesis, Naki. Nemesis. Schnarchiesis. Moment, das hört sich der U-Bahn-Station schon zurück, dass das ein Bespannenwerk fertig ist. Der war noch nicht bei den Chimeras. Speaking of. Da war gerade irgend so ein Amygdala, motherfucker. Amygdala? Achso. Oh great, I guess I die. Ey, doch nicht beim ersten Mal mit Zunge. Willkommen in den Velo-Hentai. Ich muss mal kurz schwarzen Stoff suchen. Alter, was war das denn für Deep Throat-Action? Man muss doch die Fanbases motivieren. Ich muss alles raus. Ich fand die Stelle mega widerwärtig. Was war das denn? Hä, und jetzt? What the fuck is... Ich wollte Kraut fressen. Parasit. Geil. Irgendeins? Fressen Kraut ist scheiße geil. Oh wow, Tatsache. Achso, da drin ist grünes Kraut und du kotzt. Oh fuck. okay so läuft der hase also alter die zerplatzen ja einfach die sind halt einfach nur nervig ruggel ruggel nur gerade aus moin das ist ein meter von diesem stoff da das meine ich ich schieße einmal drauf und kriegt 14 munition im grunde also von daher das messer ist echt nicht wirklich sinnvoll wie gottie floated aber man muss ihnen zugute halten in den heutigen zeiten ist es ein scheiß egal ob man oder frau oder irgendwas dazwischen ist eben also das kann man jetzt mal die die pfoten halt alles ob sie wollen ob du willst oder nicht das ist den lader wie hose dem es ist den tag auch alles wo kann er denn jetzt her wir kommen gerne aus diesen band musch ist gebrochen great info oh hi mark und während er seine diebsucker ja cool nicht mehr was zu essen ich habe noch stopp zerrissen ich dachte ich dachte es war gerade irgendwie einfach umlegen einfach umlegen oder ja das wollte ich unbedingt noch mal sehen ich meine es gibt ja hier nur mehr als genügend kraut da die lex machen es halt auch echt scheiße boah ey ja geil dann muss man halt erstmal wieder in der zeit dürfen die einen wieder angreifen ey was ist das für ein kack ja ist okay das ist echt eine nervige passage ja einfach spawnen einfach noch mehr gegner am besten hab gehört das soll echt gutes design sein mach es doch bitte oh alter was hat ein anderes insel damit zu tun keine ahnung das problem ist halt diese lex fressen auch meine inputs das ist so gerade viel eher das problem das ist so gerade viel eher das problem cool cooles segment hat richtig spaß gemacht ich bin ja jetzt auch relativ schnell durch aber es ist halt nervig wenn du denn von diesen viechern einfach so zu tode gekombot wirst nervt also eigentlich nur mit einer shotgun abhalten die habe ich noch nicht mal ich wollte ja noch nicht zurück weil ich habe gedacht ich kurve da so rum jetzt ja das werde ich jetzt auch tun ist jetzt mein nächstes ziel mal mit just in case halte die granate ist ich war eben gerade kurz davor die zu benutzen weil mir das dann einmal doch ein bisschen zu viel von den feckern wurde ja da war ich schon klasse partner ein schritt voraus wenn ich dein partner was macht kekster nur mal wieder was für ein cosplay nähe ich denn nur was für ein charakter könnte ich denn machen ich meine ich muss ja mal eine sache sagen das spiel macht mir doch wieder bock mal wieder resi 4 zu spielen also hey dich haben wir ja lange nicht mehr gesehen minion was größer geworden der muss aber auch immer alles anzünden der muss aber auch immer alles anzünden der muss aber auch immer alles anzünden er ist halt ein richtig netter dude ja ich kann mich nicht bewegen ich habe im moment wieder so meine extreme metal phase die hat So, jetzt machen wir Backtracking Extreme. Erste-Hilfe-Spray. Saftig. Was will jetzt Olli von mir? Olli, geht geht. Was zum... Willst du von mir gerade, Junge? Ich bin am Näh. Oh, Alter. Okay, da hatte was cooles in meinem Grund. Ach nö, jetzt sag mir nicht, ich kann den genauso cheesen wie damals mit Mr. X. Du kannst ihn noch mehr cheesen. Hä, hat er sich jetzt einfach weggespidermant und ist abgehauen? Och nö. Äh, du, Nemesis ist keine Bedrohung. Sagt sie, während der Typ auf mich zuchargt? Okay. Du, glaub mir. Es ist halt wirklich... Der Typ ist nicht so eine extreme Bedrohung wie Mr. X. Es ist für dich eigentlich nur eine Bedrohung, wenn er dich in eine Wand reinglitscht. Das hat er eben gerade schon gemacht. Da merkst du einfach die KI. Mua, muy bien. Du, hol und ich haben das schon alles gemacht. Wir haben den schon durchgetrollt. Äh, was, wie? Trollen? Bin wieder da. Was geht's? Äh, Nemesis. Trollen hat Spaß mit, äh, Schnarchieses. Ach so. Kriegt er wieder einen dagegen kommen? Jo, er hat sich gerade weggespidermant. Ja. Und ist dann einfach verschwunden. Oh, du doch. Vor allem, es ist immer schön, wenn ich nicht sehen kann, von wo er kommt. Warte, wo war das jetzt? Ach so, der kann hier aufrein. Nice. Ähm. Safe room. Haha. Fuck you. Sackgesicht. Vielleicht muss du so rein sitzen. Es ist safe haven. Begaboo. Ah. Was? Und schon die Musik wieder. Dön! Oh, Handgranate. Tschüss! Das ist durch zwei Bum-Bums. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wo war jetzt nochmal... Okay, hier ist noch Zeug. Wo war jetzt nochmal die Schrotflinte? Ähm. Ich weiß es, ich muss mich nur... Es ist gerade eher Navigation bei mir. Ah, schön. You don't leave, do you? Ja, ähm. Kumpel. Ich kann halt nicht weg hier. Du bist halt so ein bisschen gerade in the way. Ich weiß es mal kurz nicht, ich muss mal kurz nehmen. Ja. Nicht vergessen, Muton. So, er kann ja mal eine nach ihm jeaten. Ja, ey. Der Pist. Wo kommen die denn jetzt hier? Fuck you. Egal. Tschüss. See ya. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Keks mich gehört hat. Und sonst mache ich das gleich. Ja, dachte ich mir. Haha. Oh shit. Äh, hier, haltet mal kurz. Weil das sieht mir... Ehrgeil. Ähm. I don't think this was worth it. Aber wobei, ich hab wieder eine dazu bekommen. Also von daher. Und hier werden... Na, hier wäre eine Tonne gewesen. Hier hab ich zu spät gesehen. Ach, die Kiste hat er gedroppt? Ja. The fuck, was... Erweiteres Magazin. Uh. Oh. Oh, ich glaub, wir werden doch noch Freunde in Nemesis. Du musst mir doch keine Geschenke machen. Ich dachte, die wäre durch die Granate irgendwo von einem Regal gefallen. Ist er da jetzt immer noch? Irgendwas hab ich hier drin jetzt übersehen. Ach, hier. Schießpulver. Okay. Ja. Hast du die eine Sache, die ich da aus dem... aus Resi 2 behalten hab, dass man halt... ja, durch das, äh... in den roten Bereichen sieht, hier hast du noch nicht alles mitgenommen. Nice. Oh, hey, Jungs. Es geht... Öh, öh. Schön. Es ist nice. Der Typ droppt einfach... aus dem Nichts. Zieht eine... Das ist echt fun. Alter. Gewöhn' dich da aber nicht dran. Das macht er, glaub ich, so 3-4 Mal. Dass er auf einmal hinter mir ist und Spaß hat? Ne Kiste. Hm? Kisten droppen. Ach, Kisten droppen. Macht er nicht so häufig? Mag er nicht? Dann würde er dir ja helfen. Dann würde er mir ja helfen. Danke, Leute, im Chat. Einmal einen Schneidenbolzler. Das eigentliche Problem, so von der... Angingenssache ist ja... Es ist ja schön, dass du ihm seine Ausrüstung klaust. Die andere Frage ist, warum hat der Ausrüstung für eine Pistole dabei, wo seine Finger nicht reinpassen? Seine Westfinger. Die Flinte braucht nur noch ein Slot? That's sick. Hm. Wenn du die abgelöst, dann hast du mit C2. Ah, okay. Was mich halt viel eher stört, ist... Nemesis hat irgendwie null wirkliches Build-Up. Nö. Als Boss. Als Boss-Gegner, sag ich mal. Wo Mr. X wirklich... Du hast nichts wirklich von ihm gehört, bis zu diesem Punkt mit dem Helikopter. Und dann ist er auf einmal als Bedrohung da. Ohm. Ja, Ding ist, du hast ja schon das Vorstellung damals bekommen, wo den zum ersten Mal auf dem Kopf, wie das die Kamerazut hat. In dem Moment hast du gedacht, okay, da latschen wir jeden Moment über den Weg. Hey, ich bin Supercop. Ich kriege das schon hin. Ah, jetzt kriegen wir tatsächlich mal ein Rätsel. Das heißt, wir brauchen... FA, dann brauchen wir... RE. Nee, RC. Nee, hä? RE. RS. SM. Oder ist das nur die Anfangsbuchstaben? Ja, dann wäre es SA und RA. Ah, da war es doch. Oh, Alter. Da. Dann ist es FA, RA, SA. FA, FA. Route konnte nicht bestätigt werden. Fuh. Bitte erneut versuchen. Weil die alle... Hä? Warte mal, zeig mir das nochmal. Selected Station. Die Nummern. Oh. Ganz vergesst, dass man die auch machen kann. Das letzte ist 02. Das sieht mir aus wie 03. Warte, kann ich das hier sehen? Ah, warte, jetzt verstehe ich. Also will ich quasi... Ja, R1. Eine Quatsch. 01, 02. 0... ... 03. 03. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. Ah, okay, warte. There we go. Ach so. Ach, und dann muss ich da S2. Okay, verstehe. Gürtige Route bestätigt. Jetzt verstehen wir. Nö, ich bin Bahnfahrer. Aber ich will wie lieber nach Stoneville. Da ist nicht so viel Scheiße los. Da ist nicht so viel Scheiße. Nice one. Suddenly, dein Kopf ist weg. Who needs to shit anyway? Ja, äh, have fun. Ouroboros looking motherfu- Oh, fuck. Schön, was hat in diesem Spiel eigentlich nicht Tentakeln? Oh, fuck. Alter. Seriously? Ja, geiler Stunlock. Ähm. Ähm. Gib mir mal bitte das hier. Und dann nimmst du bitte das Ding in die Hand. Dann wird geballert. Alter, was hat in diesem Spiel fucking keine Tentakel und Stunlock? Ah. Red, du hast Chill-Kammer hat. Okay, immer. Ist okay. Okay. Ich verstehe. Alter. Was ist das für eine Kacke-Aktion? Die Dinger sind ja mal richtig scheiße. Das lasse ich jetzt an dir aus, Dickerchen. Selber schuld. Also. Oh, Alter. Das ist immer halt nicht leicht mit dem Mund wollen, ey. Alter. Feuerball. Kann man by the way irgendwie schneller auf die Karte zugreifen? Oder bin ich einfach nur inkompetent? Ach, nö. Oh, oh. I think this is a good time to run. Oder auch nicht. Der Spaß wird niemals witzig. Alter, kannst du da bitte durchgehen? Bitte. Sorry. Sorry. Ich habe leider, das ist irgendwie nicht durchgekommen, weil die gesagt hat, du musst die muten. Deswegen habe ich das schnell gemacht. Ne, warte. Jetzt bin ich ja wieder hier. Fuck. Da ist die U-Bahn-Station. Ich bin also... Das war ein Dodge, den ich nicht mal wollte. Fine by me, though. Ach so, okay. Dann halten die dann nichts aus. Okay, fine. Das ist fine by me. I'm fine with that. Ähm... Nach unten. Wo ist denn meine Pinnadeln? Bei meiner Garage? Ne, das war der Punkt. Stimmt, da war das, wo ich hinwollte. Okay. Also muss ich jetzt hier gleich runter, die Straße. Weißt du, weißt du was, leck mich doch. Ihr könnt mich beide mal. So einfach ist das. Ich bin gerade voll happy. Ich bin gerade richtig happy einfach. Hast du mir das gemacht? Nein, ich kriege Crumpets. Aus England. Oh my God. Ich bin da wirklich gerade so... Alles andere ist mir scheißegal, was ihr mir schickt. Crumpets. Dieser Dodge ist so eine Sache bislang. Uiuiui. Ähm... Der Kante. Nee. Ähm... Der. Der, 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 der. Geh da bitte einfach durch. Alter. Ach mei, was ist denn los? Ja, auf, auf, Jill. Sie will Aufmerksamkeit. Es ist eine Ketze. Ja, ich glaube auch. Mach nur auf, ich bin gerade am... Soll ich... Nicht... Aber es ist eine Katze und sie will Aufmerksamkeit. Und das jetzt. Human. Sondern sie steht auch immer so wirklich in der... In der Abstand, wo ich sie nicht von meinem Platz aus streichen kann. Sondern ein Stückchen weiter weg. Wo du den Mounts die ganze Zeit lassen, wo du so... Hey. Hey. Wenn du wirklich außerhalb deiner Reichweite gehen müsstest. Ja. Es ist richtig Erpressung einfach. Mal davon ab... Es ist eine Katze, Vivi. Juno ist nicht so. Oh. Mei ist einfach nur eine Diva. Das ist alles. Ah. Queenie. So, basically this is... Queenie ist auch eine Diva. Ist ja gut, du Vieh. Oh mein Gott, Moment. Spiel darf nochmal... Ja, das Spiel lag generell. Also ich hab schon jetzt... Echt an den Einstellungen noch einiges geändert, aber... I don't know. Das ist einfach... Trashig programmiert, würde ich sagen. Ja. So böse man das... Ich will das immer gar nicht aussprechen, weil... Ist das. Weil wirklich den Zweiten... Den konnte ich nur an die Decke loben. Klar hatte der Zweite so das Problem... Das war so eine einmalige Erfahrung. Also beziehungsweise ich finde beim ersten Maße noch die beste Erfahrung. Und alles was danach kommt ist so... Ja... Ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich bombastisch. Na ja, man muss halt dazu einfach wirklich da wirklich sagen, Shadow, es sind halt wirklich zwei verschiedene, äh... Entwicklerteams. Nikolai. Es waren zwei verschiedene Teams. Naja. Deine Mutter ist schwach. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Das denke ich mir schon die ganze Zeit, Carlos. Er ist hinter mir her. Dass Bilbo Baggins hier ankommt und sich denkt... Haha, Tentakel-Move. Oh boy. Komm schon, du verdammter Stopp! Du verdammter Stopp! Ah! Wunderbar. Jill ist auch nur so nach dem Motto, talk shit, get hit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier ein bisschen was an den Kopf ballern soll. Oh. Hat er was fallen lassen? Sieht nicht danach aus. Ich riskiere es lieber nicht. Fuck it. Das war ja auch ein richtig geiler Bossfight. Ich bin einmal im Kreis gelaufen, hab ihm auf ein rotes Fass geschossen and this was it. Nice. Ähm. Wait, what? Starwolf, danke für die, für das Sub, mein Dude. Und alles Gute zum zweiten Schostag. In dem Raum musst du bleiben. Da ist ein Ausgang? Ja. Du bist an diesem gelben Ding vorbeigelaufen. Echt? Scheiße. Vor allem hier hätte ich ja auch... Oh, hier ist auch noch was, wo ich ja hätte auf ihn schießen können. Oh, guck mal, dann nutzen wir das doch mal. Komm mal her, Großer. Swaggy, swaggy. Gott, sieht das niedlich gerade aus. Ich... Äh. Er macht aber auch Schaden, der Big Boy. Ach da. Der hat tatsächlich was fallen lassen. Ja, gut. Ich hätte vielleicht... Oh, oh. Oh nein, er setzt Brüller ein. Hier, halt mal. Oh, Alter. Ich meine, gut. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich hätte es ja sehen können. So ein grell-gelber Lüftungsschacht. Dieses, äh, Mirror's Edge Phänomen. Ja. Aber ich bin ganz ehrlich, auf sowas achte ich in solchen Situationen nicht. Da bin ich bei dem ersten... Beim ersten Auffahrer an der Stelle. Carlos, hörst du mich? Weil ohne Scheiß, da achtest du ja nicht drauf. Vor allem da ist ein Lüftungsschacht. Hallo? Wie gesagt, Mirror's Edge. Irgendwann habe ich gesagt, so, okay, ich mache jetzt Mirror's Edge, äh, gucken. Mirror's Edge gucken. In einem Resident Evil. Wichtige Objekte wegwerfen. Aha. Okay, Schnolzenbeutler brauche ich... Moment mehr, bedeutet das... Bedeutet das, ich kann jetzt nicht mehr in die alten Gebiete zurück? Nein. This is weak. Ich kann es nicht mehr. This is weak. Alter, this is fucking weak. So, nach dem Motto, ich hoffe, du hast alles mitgenommen, was da lag. Wenn nicht, ist jetzt für immer weg. Suck dick. Oh boy. Alter, dieses Spiel, es foltert meinen PC. Es tötet ihn nicht, aber es foltert ihn. Oh Gott, ist das niedlich. Oh mein Gott, sieht das süß aus. Oh, Alter. Leute, es tut mir so leid, dass das so aussieht, wie es aussieht, ne? I'm so sorry. Lag-Counter? Alter. 30, 30 ist noch ein bisschen gut gemeint. Hier liegt doch bestimmt irgendwo ein Grünes. Alter. Das ist hart. Wieso nicht auf PS4? Weil ich eigentlich Resistance mit Kekse und Hole spielen wollte. Normal hätte ich mir das denn sonst für die PS4 geholt. Aber ich weiß ja nicht mehr, ob das denn da großartig anders gewesen wäre. To be honest. Du hast eine normale PlayStation 4, ne? Ja. Okay, dann hättest du auch gelaggt. Echt? Ja. Das laggt nur bei der Pro nicht? Bei der Pro laggt es nicht. This is so fucking weak. Weil bei Kat, wenn Kat ist streamt, dann laggt es nämlich nicht. Aber die hat aber auch die Pro jetzt seit neuestem. Aber es gibt, äh, es gibt Bestätigungen, dass man, wenn man eine normale PS4 hat, dass es da auch laggt. Ja. This is so fucking weak. Vor allem, ich hab mir ja mal angeguckt, was das Spiel an Performance braucht. Eigentlich ist das nicht viel. Ich benutze das erste Hilfe-Spray. Ich hab grad... ...ein ungutes Gefühl bei der Sache. Dass grad einfach gleich irgendwer mir an meinem Fuß knabbert und das war's. Das obligatorische Kanalisations-Level. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Oh, pass auf. Bei dem musst du wirklich aufpassen. Bin ich ehrlich. Was ist das denn für ein Vieh? Hammer-Hunter. Was ist das? Oh mein Gott. An was erinnert mich das gerade? Und ein halbfertiges Hühnchen. Weil davon hat mir... Ich nenn ihn Dennis. Can I kill it? Ja, kannst du. Solltest du auch. Das ist in der Arbeit. Nimm das, Dennis. Der Bloodshot auch hat mir grad zugestimmt. Ein Biss und du bist tot. Oh, Instakills. Oh, fun. Ja, die machen Spaß. Hm. Schöne Features. You dead? You dead? Die Dinger erinnern mich irgendwie... Oh, erinnert ihr euch an die Viecher aus Bloodborne, die hier aus diesem Fischerdorf? Ah, die erinnern mich die nur halt als Babys. Ah, das sieht aus, als hätte ein Schwein einen Fisch gefickt. Und dann war das eher so ein brutaler Rache-Fick. Ah, cool. Alter. Shotgun-Munition, ne? Diesmal haben sie Cain erwischt. Oh nein, nicht Cain! Was soll der jetzt mit seinem Undertaker machen? Ah, lass mich raten. Die beißen einmal zu und dann wirst du quasi gefressen. Kennst du noch die Frösche aus RE Zero? Ja. Okay, Granate macht gut Damage an den Dingern. Aber auch wieder. Null Build-Up. Null irgendwas. Nach dem Motto, ich bin da, wer noch? Ich bin ein Hunter. Und es ist noch ein paar mehr davon. Wunderbar. Hi. Ich bin fest. Okay. You're dead? You're dead. Das Wasser hat 15 FPS. Ja. Das auch. Ach, Mann. Halt keinerlei Aufbau. Morgen kommt endlich mal eine SD-Karte an. Dann kann ich ein paar mehr Spiele installieren. Und nicht nur zwei. Aktuell. Irgendwie habe ich so das Gefühl, man hätte genauso gut auch auf einmal einen Ladebildschirm haben können und da würde stehen Level 2. So einen Übergang habe ich hier irgendwie gerade. Also so ein Feeling. Das wird schlimmer. Das wird noch schlimmer. Das wird noch schlimmer. Oh, nice. It's not even this bad. Das ist einfach nur mediocre Shooter aktuell. Wo kommt eigentlich... Achso, Jill hat da so eine Lampe. Ich wollte gerade sagen, wo kommt eigentlich ihre Beleuchtung her? Aus den Brüsten. Was kennst du doch von JoJo? Die hat an ihrem Holz da eine kleine Lampe drauf. Ja, ja. Lass ihm den JoJo joke. Das ist das Einzige, was ihm heute Freude bereitet. Das ist das Einzige, was mir, glaube ich, heute Spaß bereiten wird. Aber was ist mit unseren wunderschönen Klischee-Russen? Was soll damit sein? Das sind viele Klischee-Film-Russen. Ich hätte lieber... Guck mal, unsere Klischee-Film-Russen. Oder Frankies Nippellichter oder so, genau. Sprengstoff B? Ja. Cool. Ich wollte schon immer mal wissen, was Sprengstoff B ist, bevor ich weiß, was Sprengstoff A ist. Also wenn du beides mischst, macht Bumm. Cool, ich mag es, wenn es Bumm macht. Und damit meine ich wirklich, dass es macht Spaß. Die machen Spaß. Die machen... Das ist nice. So. Das ist ein Granatwerfer. Ah, guck mal, da läuft das hin. Achso. Brandgranate, Säuregranate. Minengranaten. Können nicht einfach hergestellt werden. Lohnt sich nicht, dass die Besorgung nicht helfen. Gib mir halt einfach einen Granatwerfer. Because why not? Die haben echt fiese Ratten in der Kandensation. Ich merke schon, die haben echtes Rattenproblem. Ist aber auch gut, dass Ken du nie nachgefragt hast, wofür die wir da unten brauchen. Bei dem war das, glaube ich, einfach so, ja, Hauptsache ich kriege Geld rein. So nach dem Motto, Alter, warum braucht ihr einen Raketenwerfer für die Kanalisation? Ähm, Rattenproblem? Wir haben echt fette Kalämpner da unten. Wir haben echt große Rattenprobleme. Die haben Tattoo auf ihrem Arm, der Säuser steht drauf Mutti. Und der eine trägt einen Mustachen, hat einen komischen Hut auf mit einem M. Vor allem das Schlimmste ist, ich weiß jetzt nicht, ob sich mein Hirn langsam an diese brutalen Lag Spikes gewöhnt. Oder ob es ein bisschen weniger wird. Aber ich glaube, es ist einfach mein Gehirn, wo... Nee, jetzt wird besser. Ja, ein bisschen. Aber auch nur an manchen Stellen. Ein Keks hat Resident Evil Zero auf der Switch. Nice. Keks ist glücklich. Evil Zero. So, jetzt bitte einmal am Fernseher. Ich hätte das nicht gerne auch laut. Ich kann mich da mal nicht zucken, weil ich erstmal hier die Postplay fertig machen muss. Oh, sehr gut. Ja, bitte. Ach, der Akku. Gut, dass der Akku zwei Slots braucht. Aber die Schrottflinte nur ein. Das ist ein Problem. Scheit. Nee, aber halt wie gesagt, das war auch immer... Äh... Rohrreiniger und Farbe. Oh boy. Das ist ein sehr lustiger Kombi. Ähm... Lass mich mal liegen. Nee, den da oben. So, der steigt nach unten. Shit. Fuck. Warum war es so ein Ding da oben loszuwerden? Problem, ich weiß nicht, dass die Gäste da sind. Das sind da... Alter, war weiter... Okay. Ähm... Bieden. Ich brauch grad Platz. Jesus. Das ist aber immer noch illegal in diesem Land. Vergesst das nicht, Schatz. Okay. Nochmal zurück. Ich nimm dann lieber diese Inselin. So schwer ist es für mich nicht, an den Inselin ranzukommen. Jo, Mensch. Nö, aber... Hihihi. And I would walk five hundred miles under. Would walk five hundred more. So wie er da. Wee, wee. Wir sind Psychopathen. Psychopathen. Ich pack den Granatwerfer erstmal weg. Ich nekere das dritte Cosplay in einer Woche. Ich bin Psychopath. Loll. Das kommt dazu. Äh, Nestor, du verwechselst das gerade. Das ist alles Dennis. Every one of them is Dennis. Wer ist Dennis? Das ist Dennis. Das ist auch Dennis. Das ist wie diese Szene aus Spongebob, wo jeder Olaf heißt. Nur mit... Florian Florensent. Der Florist aus Florida. Ich muss los. Aber wer zur Hölle ist Flori? My name is Mr. Witzel. I'm here to say... I'm gonna smack your ass in a major way. I'm gonna smack your ass in a major way. What you're doing in my basement. Get out of here. Get out of here. Es ist, ne? Dieser kleine Akku braucht zwei Slots. Die Shotgun. Ein. Das ist nicht sad. Das ist stupid. Sadly stupid. Aber nee, wirklich. Ich hinterfrage nicht die Logik. Ich habe es versucht. Meine innere Rebecca ist gestorben. Schmeiß doch. Nee, nicht damit. Hä? Dennis läuft von mir weg. Eine Brandgranate, dann ist Dennis tot. Ja, ich habe den Granatenwerfer wegpacken müssen, weil ich keinen Platz habe. Dennis vier. Ich rate mal, ich mache mehr Damage, wenn sie das Maul aufhaben. Ja. Mit Granatwerfer sogar scheißegal. Beim Granatwerfer ist es schnutzig. Ja, es macht aber auf jeden Fall mehr Damage, wenn man aufs offene Maul schießt. Mit konventionellen Waffen? Ja. Na, wie gesagt, den Granatwerfer habe ich jetzt erstmal noch zurücklassen müssen. Aber das funktioniert ja genauso gut. Das ist nicht Dennis, das bin ich, wenn ich Heißhunger habe. Und du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ja. So sieht das aus, wenn ihr um Mitternacht am Kühlschrank steht und Vivi riecht, dass ihr euch das letzte Snickers nehmt. Es ist me and my boys looking for beans. Moment, Moment, warum packst du deine Snickers im Kühlschrank? Warum packst du sie sich nicht im Kühlschrank? Echt mal. Damit sie sicher vor Vivi sind. Das ist der letzte Ort, wo sie sucht. Ich meine, ich kann es im Sommer verstehen, damit die Schokolade nicht schmilzt, aber ähm. Damit sie schön knackig bleiben. Vivi, ich muss so denken, dass du sie nicht findest. Ergut, der letzte Ort, wo du die Dinger nicht im Sommer suchst, ist Kühlschrank. Hol, ich finde alles. Das Schlimme ist... Boah, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ihr zusammen wohnt. Ey, das Schlimme ist, ich scheiße mich immer gerade ein. Nicht wegen dem Spiel an sich, sondern wenn das Spiel anfängt zu laggen, während so ein Instakill-Monster vor meinem Gesicht rumlungert. Weißt du, das ist der schlimmere Horror gerade. Oh, ja, Tiffy. Oh, Tiffy, Tiffy hat sie gesagt. Oh, Junge. Ich meine, ich esse Schokolade teils auch, äh, auch wenn die in den heißen Kühlschrank war. Bei mir ist das meistens immer so bei, 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 wirklich so Tafel-Schokoladen oder bei Schogetten. Die hau ich auch in den Kühlschrank, weil ich das leckerer finde. Same. Und das Schöne ist, es ist so ein eiskaltes Snickers, das kannst du gut als Rawalot-Chomis brauchen. Das stimmt sogar tatsächlich. Das sind Holo und ich tatsächlich mal einer Meinung. Dinge passieren. Seltsame Dinge passieren hier. Leg. Und wenn ein Leg deinen Stream verlässt. Ich habe halt auch immer so, es tut mir echt leid für die Leute, die es jetzt hier gucken, ne? Also, I, I'm really sorry. Das war früher nichts, aber ich habe einfach gerade zu viel Spaß mit, äh, der Band im Hintergrund bei mir. Aber ich kann jetzt schon sagen, also, das Spiel wird wahrscheinlich relativ schnell, nachdem ich es durch habe, vor meiner Platte fliegen. Am meisten, du bist jetzt in der Kanalisation, ne? Ja. Okay, Hälfte hast du hinter dir. I what? Das ist die Hälfte? Ich spiele wie lange? Die Aufnahme geht nicht mal zwei Stunden. Lol. Ich habe doch gesagt, ab vier Stunden bist du durch. Ey, du hast jetzt noch den Luxus, dass du die Katzins nicht wegdrückst, weil du sie schon kennst. Das nennt ihr Luxus? Ihr habt echt einen perversen Sinn von Luxus. Ja. Soll ich dich noch ein bisschen mehr abfacken? Das tut dir gerade schon, aber go on, please. Diese schöne Rumgerenner am Anfang kannst du komplett skippen, weil du im optionalen Kaufshop später den Dietrich und das Bolzenschloss, den kaufen kannst. Leck mich doch am Sack, ey. Was ist denn das für ein Spiel? Nein. Dafür hast du deine Freundin. Das würde ich dir auch nicht antun wollen. Also, ich meine... Was ist mit dem Dietrich? Das auch. Ja, Ribi. Der Dietrich. Ich heiße dich. Moment, Moment. Resistance war am Anfang nicht im Resi-Kauf drin? Doch, was? Doch. Ich wollte gerade sagen. War spontan wieder rausgepatcht. Wie Angry Joe sagen würde, four hours. Ja, aber ganz ehrlich, von dem, was ich mittlerweile über Resistance gehört habe, habe ich persönlich gesagt, null Interesse ist, mal zu spielen. Also, wenn ich so höre immer von den beiden, wie Hacker verseucht es sein soll und... Sag mal so, wenn wir eine volle Gruppe haben. Wie gesagt, ich könnte eine Freundin von mir anhauen, ob sie nicht Bock hätte, mit uns zu spielen. Und zwar können wir dann die Mastermind spielen, weil die sagt so, ja, ich bin der Mastermind hier. Wir können ja auch mal wirklich auf dem Server das denn machen und dann einfach mal durchswitchen, aber... Kannst du mich jetzt hören? Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Also... Solange ich January bekomme, bin ich glücklich. Das ist meine Bitch. Also, ich bin soweit zu sagen... Ich bin soweit zu sagen, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Aber geht bitte nicht mit Erwartungen vor. Weil, nach dem, was ich jetzt... Oh, hi! Am meisten, Shadow, du weißt, dass ich auf Resistance mehr gespannt war, als... Where did he get that? ... auf R3. Wo hat der den fucking Flammenwerfer her? Wo hat er überhaupt irgendwas her? Ihr hält das an Ausrüstung, kloppt er aus dem Mandel. Okay. Er kann Waffen benutzen. Ist dir schon aufgefallen, wie ineffizient er daran ist, Stars-Members zu töten, obwohl es wiederholt in den Greffeln hat? Ich meine, er hatte mich eben gerade am Kopf, also... Er hätte nur einmal zudrücken müssen. Also, er ist sehr ineffizient im Umbringen von seinem eigentlichen Target. Nee, er ist eigentlich sehr effizient darin, ineffizient zu sein, seine Ziele zu erfüllen. Ja! Er kann jeden anderen umbringen, nur nicht seine Ziele. Naja, jeden anderen. Wen hat er überhaupt schon getötet? Ein Haufen Randoms? Mir fehlt ein gewisser Tod, der im Original war. Hohl weiß, welch ich nicht meine. Oh, Günther. Genau! Das hat mir gefehlt! Der Günther. Na, es ist ja nochmal eine Sache, ob man Resistance jetzt mag oder nicht. Das ist jetzt halt nochmal dann so in den Raum gestellt. Aber von einem funktionalen Standpunkt aus ist es mir wichtiger. So nach dem Motto, ja cool, du hast jetzt halt noch diesen Online-Modus, den du spielen kannst, aber der ist so hackerverseucht und so, ja nicht spaßig. Warum solltest du also deine Zeit damit beanspruchen? Es mag ja denn sein, dass da ein schöner Modus hinter ist, aber... Die Idee war gut. Die Umsetzung. Nur, die hätten nicht das Internet von der damaligen Zeit übernehmen müssen. Vor allem bei allem Respekt. Ich verstehe auch nicht, warum sie RE-Net immer noch benutzen. Das ist so ein Service, den hat damals niemand gewollt und den will heute immer noch niemand. Na, bei mir, alles läuft, bei mir laufen meine Sachen darüber, weil ich ja mit zu diesem Botschafter versündere. Ja, gut. Aber, oh mein Gott. He got Flamethrower. The stars! Er ist echt nicht wirklich in der Lage, seine Ziele umzubringen. Da war Mr. X effizient da drin. I mean, der ist einfach durch die Gegend gestampft und hat ihn einfach weggecurbstompt und dann war Ruhe. Ich meine, der kommt um die Ecke, schiebt erstmal den neuer Scheiß-Heli auf die Sladen, was erster, was er zur Begrüßung macht, ist ja die Fresse neu richten. Ja. Und wie gesagt, Mr. X hatte gutes Build-Up, wie gesagt. Wurde Shadow schon von dem ist es mal erwischt? Ich bin noch nicht einmal gestorben im Spiel. Das ist sad. Ich bin schon ein paar Mal drin gestorben. Ich war noch nicht einmal in Lebensgefahr. Allein wegen solchen Gründen! Wieso ist hier schon wieder ein fucking Save-Point? Und eine Kiste! Nimm den Granatwerfer mit, Shadow. Ja, ich merke schon, ich habe ihn schon dabei. Habe ich noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Nimm das grüne Kraut. Nimm alles an Waffen mit und alles an Moni. Nehmen Sie die Waffen! Sorry, aber das ist so... Vor allem ist es auch so linear. Ich verstehe jetzt auch mittlerweile, warum sie denn keine... dass die Farbbänder nicht drin haben. Wozu? Ich meine, ich speichere eigentlich die ganze Zeit nur, weil ich jemand bin. Ich speichere lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also, ne? Voting ist mir da oder Ranking ist mir am Ende eh scheißegal. Das Original war schwerer und zwar länger. In dem Teil fehlen ganze Passagen. Ja, der Bestand fehlt. Ja, aber da gehe ich, glaube ich, später erst mal drauf ein. Wenn es wieder fähig ist. Eat shit! Vielleicht kann ich sein Tamm treffen. Aua, aua, aua. Oh. Was zum Krauten. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Worte bestellt. Ach, ne, geil. Ach, hier gucken wir noch, in der Hoffnung wirklich, was fallen solltest. Nein, der Flammenwerfer ist keine optional kaufbare Waffe. Das ist depressing. Ja. Der Flammenwerfer macht auch minimal no damage. Ach, wenn er dich einmal einkesselt. Es ist auch sehr inkonsequent, wann die Klammen wir Schaden machen oder wann du nur eine Animation kriegst. Ja, irgendwie. Direkt zur Zeit stehst du nur da. Oh, das brennt ein bisschen. Plötzlich fällt so tot und wir dann Streifen Feuer legen. Da, jetzt hätte ich gerade zum Beispiel schwören können, dass er mich damit getroffen hat. Gewöhn dich dran. Das passiert noch öfters. Oh, perfect dodge. This is a fighting game now. Chill sandwich cut. Nimm es, es wird auch nur unser chill sandwich. Lass mich nicht einfach einen Ton abnehmen können. Nicht mal einen Schnitz. Oh. Er will ein chill sandwich. Dann wiederum, muss ich sagen. This game looks fucking awesome. Also. Also jetzt mal, um wirklich mal. Sorry, aber da muss ich fair sein. Benutze das Ding jetzt als fucking Keule. Oh fuck. Oh scheiße, he's pissed. Oh fuck, ich hab ihn wütend gemacht. Also ausdenkt tut das Spiel echt gut. Bin ich auch echt. Ich sag ja, als Film funktioniert es aber als Spiel. Mensch, habt ihr Glück, dass ich das hochlade? Es war ruckelnd. Ich stelle, man merkt an einigen Stellen halt einfach nur auf, dass es nur die Leute ausfindet. Boah. Oh fuck. This is gonna hurt. Ah. What? Michael Bay war am Werk. Also das ist halt eigentlich für sich Resident Tomb Raider. Au. Du musst eigentlich Jill nur die Haare von Claire geben. Sie sieht eins zu eins aus wie Lara. Gut, dann müsst ihr es halt noch sinnlose Quicktime-Event in die Absturz-Passagen packen. Eigentlich ja. By the way, in seiner zweiten Phase weicht der Granaten aus. Ja Mensch, gut, dass ich ihm die direkt zum... By the way, she's okay. Jill überlebt das. Jill überlebt das. Guck, wie fucking hoch das ist. Jill, federvoll, Valentine. Jetzt rechnen wir mal durch. Beide Kniescheiben wären am Arsch, der Schädel wäre eingeschlagen, jede Krippe wäre kaputt. Von ihrem gesamten Rücken möchte ich gar nicht erst reden. Ist ihr nicht auf dem Rücken gefallen sogar? Ja. Also da wäre so eine Rebecca Chambers wäre gewesen so, du bleibst jetzt liegen, ich untersuch dich jetzt erst mal. Ja, aber... Man könnte auch sagen, Jill bräuchte jetzt erst mal etwas Poll-Eis. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ihr dürft jetzt ansubscriben. Alter, ich hab nicht jetzt schon verstanden, was ist Poll-Eis. Und dann hab ich das nochmal stets gesehen. Ihr dürft jetzt ansubscriben. Ihr dürft jetzt gehen. Ihr seid entschuldigt. Ich bin grad unsicher. Sollte das ein Witz sein? Ja. Es kommt mir hier alles nicht mehr gut, okay? Ich bitte, dies zu entschuldigen. Du passt dich dem Spiel an. Es sei dir verziehen. Nein. Ey, aber du hast recht. Die Leiter ist auch wieder gelb. Das ist Mirror's Edge. Das ist... Das Ding ist ja, jedes Ding, wo du irgendwie Rausch hechten kannst, auch dieses scheiß Tüttelband drumherum. Es ist Mirror's Edge. In Billig. Mirror's Edge. Mit ganz viel Ä drin. Mirror's Edge. Ääh. Da ist dann noch so ein kleines Kind auf dem Cover, wo der so diese Bad-Zunge macht. Mirror's Edge. Mirror's Edge. Dann geh doch zu Netto. Dann geh doch zu Mirror's Edge. Ganz ehrlich, Gin, ist irgendwie so eine Person... Ich glaub, die wird sogar aus dem Fenster springen, um irgendwas zu schnappen und würde überleben. Äh, Vivi, das wird passieren. Oh. Okay. Und keine Sorge, Carlos macht's auch. Das ist der absolute Bullshit-Faktor. Moment. Neben der Tatsache, dass... Oh, nein, nein, nein. Nein, das darf ich nicht sagen. Ich muss gar nicht sagen. T-t-t-t-t. Schweig stille, schweig stille, schweig stille. Schweigen die Tiere. Wenn ein grünes Kraut aus dem Fenster fällt und Jill hinterher springt, ist das dein Kraut-Diving? Ja. Aber meiner war schlecht. So, wir können jetzt erwarten. Wir können jetzt erwarten. Vivi, du setzt dich jetzt auf die Schäm-Dich-Ecke. Ich schäme mich ja nicht. Ich fand den lustig. Nein, du schämst dich ganz doll. Alter, ich hab da... Guck mal, der Chat findet's geil. Der Chat zählt nicht. Das ist Schrödingers Chat. Der Hälfte hat keine von den Hirnzellen mehr. Schrödingers Chat. Alter. Das sind immer noch coole Typen. Die ertragen mich schon ein bisschen länger. Ja, deswegen haben sie ja keine Hirnzellen mehr. Ich hab's nicht noch mehr als die. Hey, ich vertraue jemandem, der sich mit Zombiefilmen auskennt. Die sind alle hirntot. Gefühls-kalte Zombies. Sind wir das nicht auch? Natürlich. Ich glaube, meine Mädels wirken so langsam. Okay, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Ich muss das darstellen. Falco, wenn eine Erklärung, Crowddiving ist eigentlich, wenn du bei einem Konzert, wenn der Sänger vorne auf der Bühne steht und dann quasi in die Menge springt und sich dann von denen tragen lässt. Und weil ich dann gemeint, Jill springt raus, um sich das Kraut zu holen, Kraut-Diving und so, deswegen. Ich bin gleich wieder da. Ich stelle mich mal kurz dumm. Ich muss mal kurz nehmen. Das ist auch so ein Festivalbegriff, deswegen, das kennt nicht unbedingt jeder. Das musst du. Das ist hier der beste Waffenschmied. Ach nein. Ja, Kraut-Kraut. Das ist dein Jackass. Das Schlimme ist, wenn man es jetzt eins zu eins auf Deutsch übersetzen, seiengemäß wäre das eigentlich Deutschen da tauchen. Wer ist nicht jetzt eine... Es gibt sowohl Stage, als auch Crowddiving. Das ist beides dasselbe. Achso, ich musste hier also hin. Ich wusste zum Beispiel auch bis heute nicht, dass das von der Timeline her so ist. Also das Resi 3, basically. Na ja, welche gerade Kendo-See. Ich weiß ja, wo das jetzt hier ist. Wo wir sind, wo wir spielen. Im Prinzip... Es spielt ein bisschen Vorteil 2. Also in der Original-Timeline sind die eigentlich ein paar Stunden aneinander vorbeigerannt. Achso. Okay. Ja, bislang ist es halt echt Cutting Corners the Game. So, ich marschiere nochmal ein bisschen an euch vorbei. Ich möchte nochmal gucken, was in der Parkgarage, ob ich da hin kann. Oder nicht. Oder ob da was liegt. Ist ja nicht so, als ob mich hier in diesem riesigen Bereich irgendwas aufhalten könnte, sollte, würde. Vielleicht kann ich ja ein gutes Spiel besuchen. Aha! Hochwertig Bum Bum. Hat sich doch also gelohnt. Ja, ich könnte mich jetzt hier mit euch fighten, aber ich sehe absolut keinen Grund, das zu tun. Weil ich kann in einem riesigen Umkreis an euch vorbeilaufen. Habe ich noch? I should do something. Sollte ich was machen? Ganz ehrlich, ich finde Resi 1 okay. Also jetzt reden wir vom Remaster. Also wir gehen jetzt mal von der besten Version davon aus. Ist sowieso der Standard, auf den man sich einigen sollte. Eben. Also da bin ich auch völlig an der Meinung. Ist ein gutes Spiel, aber ich glaube, es kommt besser bei Leuten an, die das Original auf der PS1 gespielt haben. Und da gehöre ich leider nicht zu. Durchwachsen. Also auch Leute, die das Original nicht gespielt haben, fanden es gut. Gut, ja. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, ich fange das jetzt nochmal an. Auf jeden Fall, das gesamte Szenario und das Feeling ist umlängend besser als, oh halt, dich habe ich ja ganz vergessen. Ähm, als das, was mir jetzt hier gerade serviert wird. Weil, hier fühle ich gar nichts. Ich fühle absolut nur manchmal genervtes Sein, wenn ich hier, wenn Nemesis hier rumbullert. Ich will nicht mal Munition für das Ding verschwenden. I mean, fine. Oh, hi. Long range bullshit. Ey, ey, ey. Kannst du das messern? Ich habe mein Messer nicht dabei und ich will mein Messer nicht holen. Oh, Alter. Da war ein rotes? Oh, ich gehe da nochmal zurück. Ich gucke nur kurz, was hier ist. Sehr besorgt bin, alle Eltern wissen. Tippe, tippe, tippe. Nice. Cool. Ach, den brauch ich schon gar nicht mehr. Ich meine, das Messer ist mittlerweile in so vielen Resident Evil-Teilen nutzlos. Irgendwie kriegen sie es näher hin, das Ding mal richtig, einem richtigen, richtigen Sinn zu geben. Du hast halt das Messer und im 2-Remake hat es einen guten Sinn gehabt? Gut, selbst im L-Remake vom ersten Mal war es als Defensivwaffe praktisch. Ja, ja. Aber hier? Wozu soll ich das Ding benutzen? Wo war ein rotes Kraut? Wo hat er hier sitzt gehabt? Wo habt ihr... Hier kann kein rotes Kraut gewesen sein, wenn ich hier alles habe. Und generell auch das Feeling einfach. Ich meine, wenn es hältst du nicht, dass die Bölberschaft ein besseres Bild ab und Panik hinzukriegen, dann verfolgen. Ach, da ist er ja schon wieder. Oh-oh. Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Jill survives this. Ja, der Satz wird heute noch ein paar Mal fallen. Ich wurde gerade von einem fucking Raketenwerfer getroffen. I survived this. Naja. Er schießt ja auch nicht mit Raketen, er schießt mit kleinen Stein. Ja. Klein Raketen mit Krieg. Alter, ja. Es ist... Ist halt Spaß. Man kann halt sehen, woher er kommt. Man kann halt auch den super reagieren. Oh, Alter. Aber der Dodge ist halt schlicht und greifend OP. Ich mash den gerade zum Beispiel auch nur. und hab mich damit in die nächste Katzchen gewiggelt. Und again. Jill survives this. Es ist so ein... So eine Bullshit-Mechanik. Weißt du, ich werde für etwas bestraft, wofür ich nichts kann. Soll ich rückwärts gegen das Vieh laufen, oder was? Nö, du musst einfach nur warten, bis der Laser wirklich rot wird und unsere Seite stept. Ach so, und dann Dash, ja. Ich... Okay. Also wenn er halt von rot auf richtig rot wechselt, dann geht die Rakete vielleicht los. Okay, verstehe. Du kannst halt schon mit einem Sidestop anfangen. Ja, also jetzt habe ich gemerkt, wenn er rot ist, kannst du dashen und du bist eigentlich safe. Ja. Wenn du nicht gerade random anfängst, dich gegen eine Wand zu backen und einen zu thrashen, dann bist du eh safe. Ja, wie gesagt, das ist viel eher mein Problem. Nemesis kommt einfach so hinten ran und mash dich in die nächste Wand und du bist auf einmal in danger. Das stört mich viel eher. Ja. Es kommt so, du kannst nichts dagegen tun, weil du kannst ja auch nicht nach hinten gucken, das erlaubt dir die Kamera einfach nicht. Vor allem soll ich dir mal das schönen Trivia geben, wo ich gestern mal ausprobiert habe, wo ich gemerkt habe, wie Bullshit das programmiert ist. Na? Du hast jetzt gerade die Raketenszene gehabt, wo du auch durch die Gasse gerannt bist. Ja. Ich habe mir den unendlichen Raketenwerfer mal besorgt aus dem Shop und habe auf ihn eingeballert. Lass mich raten, er ist unsterblich in dem Segment. Nö, nö, der geht schon in die Knie. Der Ding ist, automatisch wird dann trotzdem so eine Feuerwand getriggert, damit du halt nicht mehr zurück kannst. Wenn du dann aber durchlatschen willst, um deinen Weg weiterzugehen, bist du instant tot. Wir haben es nicht mal hinbekommen, das Spiel ist so anzupassen, dass die Items, die du dir optional freischalten kannst, damit angepasst sind. Das ist verrückt. Ich wollte gerade sagen, verfolgt mich jetzt dieser Topf, oder was? Ich habe gedacht, der rollt in meine Richtung. Es hätte mich nicht mal mehr gewundert. Kopfzombie. Oh oh. Ja, wenn es rot, dann you not tot. Die Frage ist jetzt, wo zum Fick soll ich ihn fighten? renn einfach die Wallachei durch. Ich habe halt nicht so viele Optionen, wo ich lang könnte. Yo. Yo, nice. Achso, ich kann auch nicht mehr komplett zurück. This is... Hi. Hi. Oh, okay. Close one. Jill bräuchte eigentlich jemanden, irgendwie der eher so bei der Tribute von Franem einfach so ein Sponsor ist und ständig irgendwelche Sachen zukommen lässt. Achso, hier kann ich lernen. Okay. Geh einfach durch, Jill. Was denn? Was war mit gespendet? Ich habe das gerade nicht verstanden. Er hat ja doch genug Kisten gespendet. Ja, gut, okay. Oh, guck mal. Benzin ist im Angebot. Aber er gibt ja meistens eher so Amo, glaube ich. Oder? Nö. Zwei Upgrades für deine Knarre. Ja, gut, okay. Alles klar. Also, von daher. Es sieht so missverstanden aus. Ja, gut, okay. Aber ganz ehrlich, sowas wie Waffen und Upgrades das, äh... Und Moni, das gibt, glaube ich, äh, gibt auch mehr Sinn. Ja, was hat übrigens halt keinen Sinn macht. Der Typ hat, äh, Ausrüstung dabei für Waffen, die er selber nicht vernünftigen kann. Ja, gut, okay. Da fragt man sich auch, äh, Sinn? Status in Pokémon Sonne? Pokémon Sonne ist noch relevant. Ich habe Pokémon Sonne seit Ewigkeiten jetzt nicht mehr gespielt. gut, es gibt auch noch Leute, die Pokémon spielen. Weil, äh, warum soll ich? Warum? Gibt es, gibt es irgendwas Nennenswertes? Außer ein DLC, wo gesagt wurde, hier, habt ihr das, was eigentlich hätte im Spiel drin sein sollen? Außer das? Wenn ja, habe ich ganz... Vögel. Sagt ihr übrigens die ganze Zeit immer hol zu mir? What the fuck? Oder verwechsel ich das gerade? Hm? Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie zu sehr damit beschäftigt, hier in dem Spiel nicht zu sterben oder die Lags zu ignorieren oder zu ignorieren, dass man hier hätte Instant, äh, Product Placement einbauen können. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die Oberen fährt gleich ab. Wenn es mal richtig wie ich will, ich stink, mach mir das vorerst. Die kalte Welt ohne Carlos. Oh, Carlos kalte Klische. Sein kaltes Hähnchen. Ach, du bist ein anderer Quoten-Russe. Ach, guck mal. Die sehen sich so ähnlich. Was ist besser als ein Film, Russe? Richtig, zwei. Ohne Scheiß, ich habe gedacht, das wäre dieselbe Person. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtisch-Täter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Ich bin noch mal ganz kurz unten, bin gleich wie er da. Warum? Sorbst du dich von deinen Kollegen? Oder was anderes? ist? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tod verschlossen war. Meinst du nicht? Julia Lail, danke fürs Folown. Och, du schon wieder. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Wer ist nicht hinter mir, Herr? Oh, Betrayal. Oh ja, diese Tür wird jetzt herunter so. Wollte man tiefen sie führen. Oh, he got tentakelt. Beides sei das doch. Jill, überlebt das. Also nach der Spielelogik müsste er das eigentlich überleben. Das ist eine Spiele-Sünde. Eigentlich ja. Nikolai, du mich haben enttäuscht. Wir jetzt haben Sneakers. Wir haben gute Nike von Amerika. Ich bin mal gespannt, ob die Aufnahme nachher überhaupt was taugt bei dem, was wir hier zusammen ratzen. ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Nee, ich glaube, läuft ja nicht mehr. Was ist das jetzt? Warum spiele ich Locken Hamek, Bimbo? Ach ja, den spielst du zweimal. Yay. Meine Happiness kennt keine Grenzen. Yay. Das habe ich jetzt gebraucht. Noch mal eine Sektion mit ihm. Ich habe mir vorhin noch was zu essen gekocht. Ich gönne mir was schönes zu essen. Das gönne ich mir. Hat ihm gerade in die Eier geschossen? Hä? Hat da gerade einer auf Halt gemacht? Selbst Halt kann besser sprechen. Solomon Grundy eating on Monday. Munch, Munch. ist das euer fucking Ernst? Das ist geskriptet, wa? Du kannst mir nicht sagen, dass der so viele Headshots abbekommen hat und das ist bullshit. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn unsere Infos noch stimmen, unsere Infos noch stimmen, du kannst ihn killen, ja. Fünf Headshots meint das gerade? Sechs? Da ist ein Maschinengewehr, benutzt das einfach. Ja, ich, ich will ja immer noch irgendwo Munition sparen. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Er droppt was für Kisten. Ah, super. Kinder, kein Wexit Gaming. Wir halten uns auch gerade schön zurück. Na, wieso? Sowas ist ja noch okay. Ja, du auch Mann. Er klingt wie Redfield aus Sechs. Hat er noch versucht tough zu wirken? Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Ach, guck mal, dann brauche ich das wahrscheinlich für das Stars-Büro. Nope. Nee? Das ist noch viel trivialer und dümmer. Oh! Wisst ihr, an sich tut es gut, diese Location hier wieder zu sehen. Ja, du bist in fünf Minuten durch. Ne? Weißt du, Backseat-Gaming ist eine Sache, aber Hoffnung zerstören? Es ist kein Brexit-Gaming, wenn ich deine Hoffnung trete. Achso. Okay, okay, okay. Yay. I hate this game. Ich hasse es nicht wirklich. Das ist böse ausgedrückt. Das ist einfach oh, so enttäuschend. weil, weil ich weiß noch, ich weiß noch, ähm, als wir Resi 2 gespielt haben. Ich weiß noch, wie gehypt wir waren, wo wir gesagt haben, oh, stellt euch mal vor, wie cool das wäre. Nemesis mit, mit dem, wie sie halt, äh, Mr. X gemacht haben, ne? Weißt du das noch? Ist schon wieder weg. Und jetzt haben wir Klumpatsch, den Wunderklumpen. Und jetzt haben wir sowas. WB. Was habe ich verpasst? Wir reden gerade über Klumpatsch, den Wunderklumpen. Es ist einfach so unglaublich enttäuschend. Das ist so das größere Problem an der Sache. Frag mal, hol, wie ich, nachdem ich damit fertig war, wie ich hier saß. Oh Gott, hier war zwei Stunden oder den Besseren. Hat der mich gerade? Hm? Der hat mich gegrabbt, obwohl ich hinter ihm war. Ja, das kommt vor. Ja, ist okay. Frag nichts. Das sind Polizei-Zombies, die können das. Geheimes Worttechnik. I. Jede Faser von meinem Körper möchte nicht sagen I hate this game, but I fucking starting to hate it. Jede Faser deines Körpers ist unglücklich. Ja. So viel in mir ist einfach nur traurig und enttäuscht. Na, Piet, hat das von mir geholfen? Hat geholfen, Doktor! Keine Ahnung, was das ist. Was echt übel ist? Na gut, ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Und, hast du schon rausgefunden, Uwe, wie die Karte gut ist? Naja, da liegt ja so ein Koffer mitten, zwei Meter daneben. Mhm. Mhm. Es ist auch ein bisschen Kegge. Weißt du, na? Weißt du, was halt ein bisschen arg gescheuert ist an diesen Koffern? Na? Du kriegst das Zeug für ein Sturmgewehr hingeworfen. Nicht ein einziger Starzman hat ein Sturmgewehr benutzt. Was legen diese Koffer da rum? Ich schieße mit dem Funker. Es ist so enttäuschend. Ach, guck mal, noch so ein Ding. Zielfernrohr. Nice. Weil meine Waffen noch abgegradet werden müssen, die ich habe. Wie? Die haben sich am Anfang nicht genug mit Upgrades zugeschissen. Nimmst du noch ein paar Dutzend? Ich gehe einfach wieder durch. Ach nee, stimmt, man hat ja den Schlüssel nicht. Da war ja was. Combo 9. Aber hier ist ein rotes Kreuz. Hier ist Pistolen, Muni. Ja, Frankie, krabbel da unten mal rum. Hab mal deinen Spaß. Ich gehe mal kurz ins Büro. Ich nehme hier auch noch was. Oh, jetzt... Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie der Tresor-Code war. Haben sie den übernommen oder konnte ich den hier irgendwo noch Ist alles dasselbe geblieben. Weißt du gerade zufällig, welcher das war für den hier? Äh, was war das nochmal? Keks? Äh, das waren doch 15... Nee, Jojo. 9, 15, 3? 9, 15, 3? Mein 9, 15, 3. Oder 9, 18, 3? Nee, war es nicht. Ach, 5 Meter weiter findest du so den Zettel dafür. Lacht der hier? Warte mal. Hm. Nee, nee, da musst du ein paar Schnellräume weiter. Du musst in die Ecke sowieso nochmal hin. Kommt die denn jetzt alle her? Holy shit. Oh, I'm dying. Oh, Hallo, Officer. Ganz schön krank, Kops zu erschießen. Ach, hier der Safe Room. Ah ja, links 9, rechts 15, links 7. Ach, 7? 9, 15, 7. Hm, hab ich ein 2 und 3 dran gehabt. Hab mir noch irgendwie den ersten Safe im Kopf gehabt. Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen? Das ist some Frank West Bullshit. ähm, hm, 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 hm. 9, 15, 3. Den schieß ich zu Brei. Du, 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 du. 15, 3 Hä? Ist auch die richtigen Richtungen gedreht? Ja, links. Oder muss ich so links? 9 15, 3 7, ja. 9 7, ja. Das ist, äh, guten Morgen. Ja. Wakey, wakey. Cool. Behält, äh, Carlos denn das Upgrade nachher? Yup. Ich meine, behält, äh, Jill das Upgrade? Das ist jetzt viel eher die Frage. Ich habe ja jetzt das, äh, Taschen-Upgrade für Carlos. Ja, das ist Carlos. Carlos, das Starsbüro ist gerade aus. Verstanden. Ja, aber... Was bei Carlos ist, bleibt bei Carlos. Ach so, gut. Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Das wäre, wenn ich nachher Jill spiele. Das ist nicht Resident Evil 6, wo du in einem Flashback plötzlich eine Schrotflinte kriegst. Ach ja, stimmt, ja. Also muss ich sagen, das Spiel enttäuscht zwar, aber zumindest den Logikfehler haben sie nicht begangen. Welchen Burn? In Resident Evil 6 Flashback, äh, du hast plötzlich eine Shotgun, äh, move. Ah. Hä, war es nicht Cap? Wo bist du denn gerade? Cap? Äh, das ist einmal Devil Cry May und Cap. Das ist DCM. Ach, das ist DCM. Ach so. Ja, da wird ein Climber hier. Deutsche Cosme-Meisterschaft, so merke ich es mir. Für Munition. Nice. Weil dieses Spiel auch so ein brutales Muniz... Naja, das ist ein viel eheres Problem. Dass du asozialen Damage kriegst von Viechern, die einfach nur da liegen. Äh, 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 äh. Tiffi, tiffi. Ja, genau, das ist Cap. Alter, aber guckt euch das mal an. Das... Könnt ihr mir doch nicht sagen, dass das daran... an den Einstellungen liegt, die ich hab. Weil ich hab das Gefühl, wenn ich die Einstellung höher schrauben, würde mein PC sich irgendwann sagen, so, ähm, Hi, I wanna die. Dieses Ruckeln gefällt mir jetzt schon nicht. Achso, ich brauch den... Dings. Ach, Gürtchen. Gut, gut, gut. Fine by me. Wie alt ist denn dein Rechner? Mein Rechner ist an sich nicht alt, aber dieses Spiel ist generell scheiße programmiert. So, yeah. Man scheint sich nicht so besonders mit... äh, Stream-Software zu betragen. Oh, hey, Licker! Oh, ja, Hackfresse. Warum hört sich dieses Lied gerade an, wie Bad Apple? Warte. What the fuck, ich hör nicht Bad Apple! Vielleicht willst du einen Apfel. Nein, nur dieses Lied von In This Moment hat sich sehr nach... wie nach Bad Apple angehört. Oh, es ist immer noch mal. Oh, das ist... was ist immer noch? Eih. Schlafkopf. That was fair. Bei meiner ist knappe drei Jahre, dort spielt Doom Eternal Perfect. Ja, aber dann ist halt immer noch die Frage, streamst du es nebenbei? Und vor allem, ist das besser programmiert als da, Ding? Wahrscheinlich. Da hätte es echt noch ein Jahr Entwicklung gebraucht. Ich meine, mein PC ist nicht High-End. Das möchte ich auch gar nicht behaupten. Also mein PC hat jetzt ein paar Jähchen auf dem Buckel. Aber mein PC ist jetzt nicht scheiße. Ich habe wie gesagt jetzt erst letztens ein Grafikkarten-Update gehabt. Also Upgrade, nicht Update. 1, 6, 1, 9, 1, 4. Ach, da ist die. Ach so, jetzt kriegt man die Sachen einfach so. Ach so, falsch. Äh, äh. Sag her mal. Diese Input-Lags. Warte, war das jetzt 1, 6? Ah, war 6. Hey, piss off. Nice. Kannst du es auch direkt kombinieren, Minion? Äh. Meins. Alle. Komm zu Papa. Ach so, den brauche ich schon nicht mehr. Okay, nice. In die Wanne. Ah. Cool. DMC. Ich meine, bin das nur ich, oder war der Licker echt ziemlich unfair? Jupp. Ich meine, man hat ja gesehen, dass er draußen ist. Aber dass er da auf einmal um die Ecke stand, ist ein bisschen fies. Also im zweiten, da war ja der erste Licker, der kam wirklich, den konntest du vorher sehen. Und da konntest du sehen, gut, da ist ein fucking Licker, da legst du dich mal besser nicht mit an. Oder du legst ihn mit an, je nachdem, wie du es wolltest. Aber. Einfach so um die Ecke, nach dem Motto, hi. Das ist ein Licker. It's Licky Licky time. Oh, Alter. Vor allem, wenn es stimmt, dass man eine PS4 Pro braucht, um das Spiel lagfrei zu spielen. Das ist auch nochmal ein anderer Kick in the dick. Licker war komplett random. Meinst du, mit Licker war komplett random der jetzt hier, oder der aus dem zweiten? Weil der aus dem zweiten, der war eigentlich verdammt gut. Oh, hi. Hi, Mark. Hier, haltet mal kurz. Was denn? Ach, da ist das Ding jetzt hinter mir. Och, gut. So ist das also passiert. Oh, Alter. Ich hätte Spaß an Doom Eternal, aber das würde ich mir definitiv für die PS4 holen. Weil ich genau weiß, das ist mir einfach... Es ist für mich einfach simpler. Geht mal her. Mach auf. Oh, Alter. Och, Licker. Wunderbar. Wunderbar. Was? This game is such bullshit. Ey. Ey, Karamba. Nennen wir es mal Punchen. Ich sehe das nicht als Punch. Ich sehe das mehr als Schubsen. Relativ ineffektive Schubsen. Ei, 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 ei. Piep, piep. Dr. Barth. Oh, Gott sei Dank. Weißt du, wie lange ich schon versuche, jemanden zu erreichen? Keine Sorge, wir holen sie da raus. Wo sind sie jetzt? Gefangen in einem verdammten Krankenhaus. Von allen möglichen Monstern umzingelt. Hm, fun. Sieht aus wie Jesus. Wie kommst du hierher? Ich weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt nochmal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Aber er ist dead. Ich sehe den Computer nach und schaue, ob ich den Dock aufhren kann. Das wird etwas dauern. Sieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Ja. Ein Stromgewehr. Dafür, dass hier niemand ein Stromgewehr hat. Wie Hohl so schön sagt. Finden wir auch wieder ein schönes Bildchen hier unten. Nee, kann ich nicht aufmachen. Ist das Jill da vorne? Nee. Das ist einfach nur ein sehr schlechtes Bild. That's the difference. Also die Kameras haben damals auf jeden Fall dein Panoramafoto getötet. Definitiv. Aber man kriegt hier mal das erste Hilfespray. Ei, ei, ei. Weg damit. Das behalten wir mal. Ach so, die Karte brauche ich auch schon nicht mehr. Gut. Hauwende Donne. Das Keks Lieblingsjacke. Moment, ist das Wodka? Nee, ist einfach nur eine Flasche. Ja, ich wollte nur gucken, ob ich hier was übersehen habe. Aber nee, habe ich nicht. Ja, was ist? Ein Kleist? Jemand verletzt? Jill? Hast du noch im Kopf, warum du jetzt ins Stars Büro solltest? Was? Ja, wegen dem Beppo da. Jill, was war das? Weißt du auch noch, was der machen sollte? Nee. Zieh, ich muss los. Tu, was du musst. Irgendwas mit dem Gegenmittel, hat er doch eben gerade gesagt. I guess. Ist, äh, folgende Frage. Hm? Du bist noch im Büro, ne? Jetzt nicht mehr. Ah. Jetzt, äh, habe ich einen Übergang. Und ich merke schon, jedes Mal, wenn es so ein Übergang ist, ist es mein OBS überfordert mit allem. Dam, dam, dam. Und dann weiß jemand nicht, ist es mein PC, ist es mein OBS oder ist es einfach das Spiel? Okay. Er hat dort Zuflucht gesucht, ja. Ei, 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 ei. Ja, Tatsache, das wurde nicht übernommen. Er hat mich, äh, er hat mich schockiert. Hier liegen, wieso liegen hier fucking überall Granaten? So, bin ich ja da. Äh, was soll ich noch mal sagen? Oh, Uhr läuft. Aha. Okay, es gefällt mir irgendwie nicht, dass das Spiel mir Minen gibt. Hm. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. By the way, das war ein echt netter Carlos-Part. Hat, hat mir wirklich gefallen. War stellenweise schönes bei. Wie, die ist so eine Licker, der ins Gesicht gesprungen ist. Ach, meine Reaktion zum Parasiten war einfach nur... Die Float-Noises. Na, Jungs, guck mal her. Wir können das kurz und schmerzhaft machen. So, aber was ich jetzt gerade noch will, wegen dem Büro meinte. Ein random Typ, der auf einer... Umbrella gesucht wird. Aus irgendeinem Grund hat er Connections zum PC von Chill, wo er mit Webcam verbunden ist. Aber keiner in der Stadt hatte jemals Kontakt zu irgendeinem, der Beweise gegen Umbrella... Jetzt, wo du es sagst. Hm? Am meisten, der PC steht bei der, äh, bei der Person, die hier fürs Lockpicking zuständig ist. Nicht bei der Chemikerin. Oder irgendjemand, der mit Kommunikationstechnik zu tun hat. Vor allem 1998, Webcam, Videochat. Ja, weißt du, wir hätten damals nicht mal Skype. Ich sag nur, äh, hier... Es gibt so einige unlogische Dinge in diesem Spiel. In Germany, wir call it bullshit. Ich meine, normalerweise ist es Resident Evil und wir sagen einfach, joa, ist halt so. Aber wenn die schon versuchen, auf Krampf wirklich auf die Zeit, das alles zu trimmen... Vor allem, wenn sie versuchen, die auf Krampf irgendeine Story reinzudrücken. Von wegen, ja, in drei Tagen kriege ich krasse Infos mit denen, wie ich aus der Stadt rennen kann. Erst dann. Die hat eine Standleitung in ihrem Büro, das überwacht wurde zu einem Chemiker, der das Gegenmittel zusammenbraucht von der Firma, die nicht existieren soll. Der Kreaturen... Oh boy. Vor allem, mir fällt mal gerade auf, da oben steht die ganze Zeit Spielziel. Ja. Warum steht da Spielziel? Damit du dich daran erinnerst, dass du gerade spielst. Und nicht gerade einen Film anguckst. There's something called immersion. You just dropkicked it. Ur-Turm. Cool. I don't care. Ich bin nicht wegen dem Terrorismus hier. Du bist nicht wegen dem Terrorismus hier? Das ist was anderes. Keks, könntest du bitte... ...in... ...in... ...zieht doch das ein bisschen... Ach. Entschuldigung. Die ist leiser. Alter, verwalter. Die ist schon leiser. Oh. Gerade krasse Frame-Einbrüche. Aber kein Keks ist... Aber kein Keks ist gerade glücklich. Das ist gut. Sie sieht ihren Schluggi auf... ...in Hochauflösung. Äh, her. Auf einem Minibildschirm. Yay. Nein, auf dem Fernseher. Oh Gott, jetzt hat sie auch noch Pay-TV für... ...Porn. Ey. Ah. Holy fuck. Jetzt sind auf jeden Fall alle im Chat wieder wach. Hi. Hi. Er hat auch die Zeit seines Lebens. Ach, ja. Das war echt ein harter Leck, ja. Ich sag, so ein bisschen gewöhn' ich mich ja mittlerweile schon dran. Ja, was ist? Ach, vergebens. Oh shit, it's shark is this. It's Nemeshark. Enemenator. It's Nemefish. Möchtest du hier ein Nemesis noch mit ein bisschen mehr Lecker haben? Ich hoffe, du hast gerade das gesagt, was ich glaube, dass du gesagt hast. Und nicht das, was du nicht sagen solltest. Was das Nemesis mit ein bisschen mehr Lecker haben möchtest. Ich mein, dass, dass du L gesagt hast. Ja. Ist okay, okay. Er hat nicht das böse N-Wort gesagt. Komm schon! Kreaturbesie... Oh ja. I mean, why not? Nein, ich hab dich Lugatcreme gesagt. Du hast nicht Lugatcreme gesagt? Nein. Aber ich freu, dann kommen wir eh nur nur Screens aus. Ich geh mal kurz noch mal in Wasser gucken. Was? Fuck. Au. Das hat kein Damage gemacht. Das hat wirklich nur... How does this nur do Damage? Cool. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Ich dir irgendwo Fässer oder sowas? Also an den Seiten liegt da halt jede Menge Ausrüstung. Ah, da zum Beispiel. Ich sehe schon. Ähm. Wieso ist die Kamera... Up my ass. What the fuck? Was ist mit der Kamera? Bestiengebrüll. Leider ein Mundgeruch. Guck, guck, guck. Oh Gott. Ähm. Ach, das sind Granaten. Ähm. Och, das ist so... Shit, hat er jetzt das... Ja, hat er. Hä? What the fuck? Okay. Nemesis, you do that. Hm? Der ist grad einfach die Wände längst gerannt. Ja, dafür hast du die Minenkanaten. Ach so. Die knallt du einfach an die Wand, dann rennt er dagegen und dann wird er durch die Wammachai gebracht. Ah. Spass. Spass. Den dann hast du Zeit auf ihn drauf zu halten. Boah, yeah. Spot Dodge. Warum ist die Kamera ab meinem Arsch? Das fragst du in einem Spiel, wo sie den Hentai-Service einarbeiten. Hm, schwierig. Die leuchten auch so schön blau. Soll ich auf seinen Penis schießen oder auf seinen anderen Penis? Das ist bei dem Freakart schwer zu erkennen. Das Ding, das du vorhin noch nie gesehen hast. Ja, das klingt nach dem Plan. An dem Kampf saß ich echt lange. Okay. Nicer Range. Nicer Range, Großer. Ja, ähm, okay. Habe ich jetzt noch? Der hält vor allem so fucking viel aus. Hup. Klick, 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 klick. Lädt sechs Dinger nach. Hat nur eine. Ist okay. Boing. Sag mal, wie viel hält denn der aus? Gucken, ob hier noch irgendwo Zeug ist. Da ist noch Zeug. Au. Von dem Obst hier ist okay. Ich fühle mir ein Lieblings-Billy-Nach-Spring. Angry-Billy-Noises. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Äh, keine Granaten mehr. Ach, hast du schon fast aufgestimmt, was in den Autos umgekehrt ist? Ja, ich glaube. Ja, ich gucke mir noch mal ein bisschen rum. Er ist ja sowieso mit Laufen beschäftigt gerade. Also, solange so oft dann der Brot ist, hast du noch nicht alles. Oh ja, stimmt. Da soll noch was liegen. Auf dem Boden? Hat das Damage gemacht? Ja, hat sogar. Oh, cool. Äh. Irgendwo da. Irgendwo hier geradeaus. Ach, da. Ach, Minengranaten. Na, sind noch welche. Brauche ich nicht mal mehr. He dead. Dann mal los. Oder ist es einfach nur eine Katze? Nee, ist es nicht. Okay. Oh, sammle dann danach trotzdem dann zurück auf. Ich habe es gerade aufgesammelt. Ich glaube, das war auch das Letzte, was ich dann hier noch hatte. Nämme Fleisch. Komm schon. Du gibst jetzt den Geist auf? Kommt noch mal. Nee, hier ist tatsächlich noch mehr. Oder gehört das noch dazu? Nee, sieht nicht danach aus. Gut, dann gucken wir uns ja nochmal vernünftig um. Nimm ja gerne Zeug mit. Aber dass es echt so gar kein Backtracking mehr gibt, das macht mich traurig. Tja. Apogenen. Moin, moin. Das macht mich mit am traurigsten. Weil das hat irgendwie immer mit am meisten Spaß gemacht. Wenn du dann tatsächlich so diese, ja die Items hast, konntest du dann zurückgehen und hast dir gesagt, oh cool, da ist ja dann noch Zeug, wo ich mitnehmen kann. Und noch mehr Minen-Granaten. Jetzt habe ich alles, okay. See ya. Und Doogie, moin moin. Ja, das war es schon mit dem großen Sonic. Ja, bis auf, dass er wiederkommt. Ach Gott, der hat jetzt fünfmal gesagt, es ist tot. Also wir kennen das doch. Den sehen wir bestimmt nicht mehr wieder. Bestimmt ist es tot. Solang nicht der obligatorische Raketenwerfer dabei ist es nicht tot. Ich hab deinen Arm. Oh, er hat noch einen. Der Ackermann allerersten Mal. Hast du gerade einen fucking Nagel nach mir geschmissen? The fuck is wrong with you? Das war ein Liebesknochen. Ich will deinen, ich will seinen Liebesknochen nicht. Was, du willst keinen Bona von ihm? Du hast mir deinen Gefallen getan, Miss Valentine. Oh, Nikolai ist in Wirklichkeit Nemesis, confirmed. Oh, der ist dermaßen uninteressant, dass selbst Nemesis nicht so gut ist. wenn ich möchte. Oder der große Superlaser. Ungefähr einen halben Tag später. Oh ja, Mensch. Wo kommst du auf einmal her? Ja, könnte man vielleicht erklären. Hätte man es programmiert. Verdammt. Ich hab keine Ahnung, wie Raccoon City aufgebaut ist, aber... Woher weißt du überhaupt, wo sie... Äh? Wenn sie abgebaut ist, kannst du relativ gut nachvollziehen, wenn man sich die Karte von Raccoon anguckt. Ja, gut. Und selbst dann weißt du nicht, wo ist der fucking Zug entgleißen? Da musst du erstmal da durchkommen und überlegen, wo ist sie ausgestiegen? Da macht null Sinn. Oh, this game is so weird. Ich will es nicht... Ich will es nicht nicht mögen, so dumm es klingt, aber... Es hat halt so viele Macken. Oh, Chinuggi. Denk ich, sie ist glücklich. Dead. Stimmt eigentlich, seit einem halben Tag hat sie den Scheiß jetzt in sich. Oh yeah, Carlos wieder. Versprochen. Ich hab ja nur wirklich einen Bossfight mit Jill wieder gehabt und hab ihn tatsächlich schon wieder vermisst. Vor allem total glaubwürdig, die liegt da einen halben Tag rum, ohne dass sie irgendwas gefressen hat, oder dass sie mal aufs Klo müsste. Ich mein, sie liegt da einen halben Tag, ohne dass sie irgendwas gefressen hat, oder sie... Sie ist infiziert, ne? Ja. Andere werden gebissen und denken sich instant... Oh, Menschenschnitzel, geil! Sie blubbert halt ein bisschen vor sich her. Ja, hat halt so ein bisschen Tollwut, fühlt sich vielleicht nicht so gut. Fühlt sich halt ein bisschen wie der große Daumen hier, das ist vielleicht so eine Sache. Höchstens wie der Mittelfinger. Aber der Mittelfinger hat ein Attitude, also von daher... Und wie dann? Nämlich ist es so fucking ineffizient in seinem Job, dass er dich nur even infiziert, bevor er abhaut. Wisst ihr, ich seh's ja genau wie dieses Baby. Ich seh's genau wie dieses Baby, so. Ach nee, das ist mehr so ein... Poster Baby. Das ist Poster Baby. Kann ich das Poster Baby-Foto... Satz drin. Warte, Druck? Nee, warte, wie war nochmal? Die Screens... F12? Satz drin. Guck mal, das ist Satz drin. Also von Steam her... F12, ja. Komisch, F12 funktioniert bei mir nicht. Hm, egal. Screenshot ich später. Drug Information. Clean your hands, Kinder. Corona könnte überall sein. Auch in eurem Gesicht. Kinder nehmen keine Drogen, sonst lebt ihr einen Tag lang rum wie chill und blubbert vor euch her. Und ihr möchtet nicht die Welt-aggressivste Braustablette sein. Alter. Blackshot. Rezi ist manchmal so unrealistisch. Ähm, kannst du nachladen? Carlos. Ben doch, du. Irgendwie legt's ihnen noch mehr. Ich hab keine Zeit dafür. Frau. Können sie nicht? Was willst du denn jetzt? Idled. Schön, ich kann jetzt sogar schon Sachen durch die... Wieso kann ich das Item durch die gesamte Welt sehen? Ähm, Shadow, hast du schon mal versucht mit Carlos zu dodgen? Ja, das ist so ein komischer Bodycheck. Er puncht B.O.W. Und ja, Jake wäre neidisch darauf. Weil ich die Knarre habe? Nee, er macht immer nur diesen komischen Bodycheck bei mir. Nee, also wenn du gegen was Größeres kämpfst, dann prügel das einmal durch deinen Raum. Das muss ich doch gleich mal ausprobieren. Weil ich bislang immer, wenn ich's versucht hab, war's so ein herrlich ineffizienter Bodycheck. Nee, wirklich, ähm... Ja, der macht, äh, Jake alle Ehre. Jake? Jake. Er hält sechs Jake. Das Schlimme ist, äh, äh, diese Kaufpunkte gibt es tatsächlich Punkte, wenn du das Carlos-Manöver ausführst. Es heißt, das Carlos-Manöver. Ernsthaft? Da hab ich nur gar nicht nachgebracht. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Heißt das ein Ding, wo Chris einfach nur nebendran steht? Amateur. I'm punching Baldus. Schön sci-fi, Mr. Dustin. Oh, hi. Tatsache, holy shit, he punches people. Und das macht er auch bei großen Viechern. Ja. Weil sowas wie Pantan. Wolltest du schnell mal hinten fliegen sehen? Oh, ey. Das ist halt... Du machst da wirklich einer, Chris. Bei einem Kerl, der nicht mal die Hälfte an Muskelmasse ist. Das Schlimme ist, ich werde gerade die ganze Zeit nur von Leuten im Bein gebissen. Das geht mir gerade viel eher auf den Keks, aber ich habe drei erste Hilfe-Spray. So, yeah. Das geht nicht immer, kann das? Nicht immer auf einmal aufbauen. Ich meine, war dieser Punch nicht eigentlich das Gegenstück zum Perfekt-Dodge? Ja. Das hat auf jeden Fall die Animation dafür. Ah, okay. Hui. Speed. Schön. Deswegen hat das auch zu Anfang nicht funktioniert. Das ist halt ein Perfekt-Dirt. Oh, alter. Es ist gut. Nein, ich erschrecke mich hier nicht. Es ist halt nur nervig. Was? Der dritte Typ in Folge auf der Treppe begegnet. Oh, Gott. Teddy Bear. Es ist halt schon ein bisschen ernüchtern, dass sie es dreimal versuchen und es nicht einmal funktioniert. Ei, ei, ei. Nein, heute gibt es kein Stück Billy für euch. Nein, Finger weg, meiner. Kekse bis Sattlern teilen. Nein. Meins. Den teile ich nicht. Da ist das Baby wieder. Das Baby wird mich retten. Nee, aber Kekse, ich verstehe, was du meinst. Also bislang habe ich auch nicht einmal irgendwie Schiss oder Dread. Irgendwas. Und Shadow, du weißt, wie ich drauf bin. Du hast mich gesehen, wie ich Rizzy 2 gespielt habe. So, ne? Da hatte ich auch richtig Schiss. Ich saß hier eher und hab gelacht. Nein, die meiste Zeit hast du eigentlich die Krawatte gehabt, weil du dich aufgeregt hast. Das auch. Du, das habe ich auch gerade. Weil ich halt ständig diese Probleme hatte mit diesen scheiß Insta-Kills. Komischerweise, aber wie gesagt, ich bin halt noch nicht einmal gestorben, also. Na, ich schon, weil das mit den Insta-Kills ist immer relativ random, wie die das einsetzen. Teilweise ist es halt auch ein bisschen bescheuert, weil plötzlich mal die Entfernung bei den Hunterne plötzlich negiert wird. Ja, ich meine, das habe ich ja schon gesehen, dass das Spiel das ganz gut kann. Einfach mal nicht richtig funktionieren. Ein Zombie ist hinter mir, aber ich dash vor ihn und er greift mich trotzdem. Und auch so diese, auch Rätsel. Es gab ja nicht mal eins. Gut, ich hätte jetzt zu Anfang, habe ich zu Anfang gedacht, wo du diese Edelsteine da suchst. Da habe ich noch gedacht, oh cool. Hast du vielleicht immer mal was zum Backtracken und, äh, ne? Komm ich von hier? Das ist, ähm, das mit den Edelsteinen, das ist aus einem ehemaligen Rätsel. Aus dem Original. Aber da bist du halt wirklich auch durch die ganze Stadt gerannt, um das Zeug zusammenzukriegen. Ja, aber es war ja... Und das war wirklich notwendig. Aber man hat ja hier nichts, wofür es sich zurückzugehen lohnt. Ah, Jill-Action. Heiße Jill-Action. Weiß gar nicht, hast du die Edelsteine eigentlich schon eingesetzt? Ich hatte einen eingesetzt. Aber ich kann ja eh nicht mehr zurück, also von daher. Ja gut, das ist eigentlich kein großer Spoiler, aber... Eigentlich hättest du jetzt halt noch so die Schulterstütze für das Gewehr hingeschissen bekommen und noch eine Gürteltasche. Ja, guck mal. Also du wirst halt direkt am Anfang, wenn du Nemesis konsequent mitnimmst, eigentlich mit allen Upgrades zugeschissen. Ja, ich habe ihn jetzt halt zu Anfang nicht so gefeindet. Weil das war halt so das Problem jetzt. Ich bin davon ausgegangen, ich kann jederzeit wieder mal zurück. Nicht so nach dem Motto, ja, this is the point of no return, fuck you. Ja. Weil das bin ich von einem Resident Evil Game nicht gewohnt. So eine Low-Quality-Scheiße. Ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er einfach aus dem Fenster springt, okay. Vor allem, guck mal nach oben. Carlos Kniescheibe, überlebt das? Ja. Das sind drei, vier Meter? Mehr. Fünf Meter? Das ist der fucking zweite Stock. Auf Kies. Bist du schon mal auf Kies gelandet? Mit den Füßen? Ja, das ist kein Spaß. Kies Richards? Da kommt Vivi wieder. Mit dem Sniper. Hab ich einen schlechten Witz gesehen? Shadow, da war gelb. Stimmt, ihr habt recht. Hier auch wieder. Gelb. Ich hab gesagt noch, das wunderschöne... Gelb. Einfach Moros Edge-Logik. Überall, wo gelb ist. Das ist markierend. Ich will es nicht sagen. Guck, die Tür ist auch wieder gelb. Ich spreng diese scheiß Tür gleich in die Luft, ey. I'm sick of this shit. I'm getting sick of this bullshit. Auch hier wieder. Es gibt nichts, wo ich mir wirklich denke, boah. Ach, guck mal, er lebt. Ist nicht so, als ob ich einfach an dir vorbeigehen kann oder so. Sorry, bei uns gab es übrigens Essen, deswegen war ich so lange weg. Okay, das könnte jetzt schon eher ein Problem werden. Dass ich essen gehe? Okay, verstehe. Das doch nicht, Vivi. Da ist gerade fucking Ninja Turtle an mir vorbeigelaufen. Okay, cool. Ach, noch fällt er dich nicht an. Noch instackelt er dich nicht. Nö, der steht wahrscheinlich gleich irgendwo hinter einer Ecke wie der Licker vorhin und baut ein bisschen Cheap Damage. Nee, es ist noch sehr viel banaler geklaut. Oh, geil. Nichts geht über, nichts geht über. Banane. Wann mal, konnte ich nicht? Ich sag's mal freier raus, weil du ihn ja eh gleich sehen wirst. Erinnerst du dich noch daran, wie die Hunter damals zum Remake vom ersten Ende eingeleitet wurden? Ja, 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 ich erinnere mich. Die haben's 1 zu 1 übernommen. Och, nö. Lame. Entschuldigung. Yep. Guck mal, das ist mal... Alter, was ist das für eine Riesentasche? Hi. Hey, good sir. What the fuck? We will... Was? Was weiß? Obi. Darf ich den Hut mitnehmen, bitte? Der würde Carlos stehen. Lass den Hut liegen. Das Schlimme ist, der Joke hat einmal funktioniert, aber... Den kannst du nicht in jedem Teil bringen. Das funktioniert einfach nicht. Jetzt hab ich so schön gedungen, jetzt hab ich mir voll auf die Zunge gebissen. Aua. This is what you get. Ist das der Hut von Mr. X? Probably. Ah, ich... Ich... Ich sehe, was ihr meint. Carlos is a... Smooth criminal. Oh, yeah. Alter. Murloc. Das ist ein fucking Murloc. Die Hunter sind... Ich finde, die Hunter sehen schon geil aus. Die sehen schon geil aus. Das sind halt nicht die Hunter, die man gewohnt ist. Die könnten glatt aus hier Mars-Effekt sein, als so eine Elgin-Rasse oder so. Die sind doch der... Die existente Viecher. Wenn die dich treffen, richtig treffen, kann der Stream-Infekt hier bei denen wirklich kommen. Ja, ich merk schon. Der hat mich jetzt einmal getroffen. Ähm... Als Info, wenn du Granaten hast, hau eine Granate drauf. Ich hab mit ihm kein Gran... Achso, warte, ich hab... Ich hab nur Flashbangs. Bei den Einzelnen lohnt's echt nicht. Hm? Bei den Einzelnen lohnt's echt nicht. Da halt einfach mit dem MG drauf und da halt ich auf Distanz. Ja, das... Aber funktionieren Flashbangs? Ja, ne? Ja, die machen dann halt den Licker-Move. Die schlagen halt den Walacher hier rum. Ja gut, würde ich auch, wenn ich auf einmal nichts mehr sehen kann. Äh... Pack mal weg. So, die... Jetzt hab ich ne ID-Card. Hm... Karte. Lade-Screen des Todes. Oh, die Lade-Screens. Auf der Switch-Version. Die sind echt zum Kotzen. Da, 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 da. Big Disgrace. Nicht hier lang. Ah, ne. Ja. Aber hier wieder. Gelb. Das Spiel ist echt Mirror's Edge. Nur als Resident Evil getarnt. Mirror's Edge-Batch, ja. Carlos überlebt das. Seine Kniescheibe überlebt das. Genau, das war das. Ach, wo war denn das jetzt? Ähm... Das ist Innenhof. Einfaches Schloss. Hier. Ach genau, hier war das. Stimmt. Hier brauchte ich die Karte. Hier hab ich die Karte. Links, rechts, geradeaus. Ah, die brauch ich sogar noch. Oh cool, ich darf jemanden operieren. Professor Dr. Carlos. Bitte, äh, bitte in den OP. Dr. Bock, Dr. Bock. Schwester, Zange, Schlüpfer. Gut, dass hier Sturmgewehr-Munition liegt im Kreißsaal. Nein. Dr. Bock, ich glaub, der Patient ist trotzdem. Das hat das Schlimmste hinter sich. Bäääää! Neun im Uhrzeuge sind, drei gegen den Uhrzeuge sind. Das Ding ist gerade so fucking random. Schwester, Zange, Schlüpfer. Ich hab ein paar Granaten hier liegen. Für den Fall, dass ich Granaten brauche. Nee wirklich, die brauchst du wirklich. Oh boy, das klingt ja jetzt wieder nach richtig viel Spaß. Ja, den Spaß wir so gleich haben. Oh, mit der Spaß kommt erst noch, Shadow. Oh yeah. Der Spaß wird niemals enden. Jetzt hast du noch Zeit Meatball Parade anzumachen. Was willst du mit Fleischbällchen? Das ist einfach so eine richtige Derbymusik. Na Jungs. How's it going? Ähm. Hä? Taktischer Griff. Achso, da komm ich ja noch gar nicht ran. Du bist gefuchst auf dieses eine Symbol, was du mich reißt. Im Innenhof, ja. Das ist für Chill. Da kommst du mit Carlos gar nicht ran. Sturmgewehr, aber Sturmgewehr. Nee. Da hab ich aber auch versucht ranzukommen. Hashtag denied. Das macht keinen Sinn. Nee, also das Symbol, was du da unten wirklich siehst, ist für Chill. Da musst du durch so ein Ding rumgerobben, wo er zu fett ist wie oft. Ah nee, ah nee, ah nee. Ich bin grad so, nee, falsch, warte. Du bist gleich durch, keine Sorge. Nee, ich bin verwirrt, das ist es viel eher. Das Layout ist so confusing irgendwie. Achja. Ich fand die Kanalisation im R hier zwei schlimmer. Wieso? Das ist ein Kreis? Nee. Nein, keinen bin ich für dich. Da bin ich aber auf Kickseite, die Kanalisation im zweiten mochte ich auch nicht. Der Witz ist an der Sache, sobald du einmal raus hast, dass du im Uhrzeigersinn rennen musst, ist das kein Ding mehr. Genau, Angel. Er hat das Gelb aus den Augen verloren. Sesam, öffne dich. Man sieht das Gelb vor lauter Gelb nicht. Aber abseits davon, gefällt euch der Film? Also der Film ist gerade ganz neus. Hat sie grad gesagt. Das kann doch nicht genug für Supplies sein. Ach so, please. Das Spiel fehlt nur, holen. Die Garage einander, jo. Das ist scheinbar echt nur für Supplies hier. Ha. Okay. Scheinbar brauche ich die Karte ja nochmal für irgendwo. Also irgendwie wird das schon. Der Raum war nur für Muni. Nee, euer Mensch. Naja, du warst unten gerade im OP, ne? Ja, ja. Da musst du nochmal hoch zu dem Tresor. Nebendran ist nochmal so ein Karten. Pissguck. Oh, habe ich dich jetzt gerade gespoilert? Entschuldige. Du doch nicht. Der dumme Pimmelbagge da. Ich wollte ihn eigentlich hauen. Aber abseits davon, ja. Wir lieben dich auch, Shadow. Ich... Achso. Ich hab euch auch lieb. Hast du das? Everything koscher. Yes. Yes. I love you guys. No homo though. No homo. No homo. Es werden nicht besser, nur weil sie Muni heißen. Hey Sir, welcome to the Gens. Toes of the innocent. A bagel. No. Two bagels. Okay. You got me this time. Oh boy. Oh boy. Hallo? Wow. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz an meiner Bluse gucken. Ich frag mich, ob das nachher in der Aufnahme ist, weil ich hätte gerade eben so ein Als wäre ich irgendwie besessen. I am more than a man. I am more than a fish. I am more than a sink. I am more than a man. Ohne Scheiß. Okay, es hieß gerade irgendwie, es gibt noch ein anderes Fenster, womit man mit Carlos runter kann. Let me see. Ich bin hier noch gar nicht durchgegangen. Das fällt mir jetzt mal so auf. Ja ne, das ist... das war meine Schuld. Ihr sagtet ja, je nachdem wie ich mich anstelle. Und ich habe eigentlich schon vorausgesagt, ich stelle mich scheiße an. Ach. Im Verhältnis bist du eigentlich schon relativ gut dabei. Oh, hi, John Boy. Hey, Jimbo. Zeit fürs Reicht der Schatten, Jimbo. Oh nein, ich bin wieder da Keller. Boah. Ich liebe es vor allem, wie er die Knarre hält. Habt ihr es gehört gesehen? Einfach gefühlt in die Luft. Nach dem Motto, I am hitting stuff. Falk und Punch. Schnauze. Das ist halt so das, was mich noch so ein bisschen stört. Die Gegner sind halt echt Bullet-Sponges. So, was hatten wir im Uhrzeigersinn? Drei? Neun, drei. Neun, drei. Ja, okay. Ich hatte drei neun im Kopf irgendwie. Uh, doppeltes Magazin. Halt so Zeug, was jeder Krankenhausbesucher so dabei hat. Ja. Es, äh, ich hab zuerst gedacht, das hätte man irgendwie mit Duct Tape zusammengeklebt. Rack and Suites sind ja da einfach ein anderer Meter, deswegen wird sie auch gesprengt. Im Prinzip machst du das eigentlich mit Duct Tape? Du musst einfach zwei Magazine kleben, sie zusammen, ziehst das in Leere raus, steckst das andere in die Tür. Ja. Bist du jetzt im Grunde respawned, Digga? Nice. Das ist schön für dich, Franzose. Übrigens, Kinder, fasst euch nicht ins Gesicht. Ihr habt dann Corona. Oder noch schlimmer, Carlos. Oh, hi. Und die innere Rebecca in mir wird's, äh, einfach nur ragen. Ich sag nur in den Büchern, die Bücher waren geil. Ich bin Murloc. Na du. Oh. Oh. I rolled a die. It was a critical hit. Was hast du für Sorgen? Aber ja... In der PC. Letztendlich muss ich erst die Tür aufmachen, damit du hier rein kommst. What the fuck? Wo kommst du denn hier? Ach, Schlumpfhausen. Ahja. Okay, da, da muss ich gestehen, das hat mich grad sogar mal erschreckt. Ausnahmsweise. Just making sure. Ich wollte halt den Dings punchen. Ähm. Ja. Can you? Nice. Can you feel the punch tonight? Okay, it's dead. Ach, der hat mich tatsächlich gerade erwischt. Oh, hi. Oh, hi, Mark. Oh, nice. Eine Granate ist One-Hit bei denen. Mhm. Ich hab nämlich gar... Ich hätte gerade gedacht, der wollte mich Falcon punchen. Oh, ne Audiokassette. Ich frage mich, was ich damit machen soll. Bestimmt nicht in einem Diktikarit abspielen, dass es eigentlich die größere drauf hat. Ja. Bestimmt nicht. Nein. Mit Kassette. Damit muss ich bestimmt nicht an diese eine Tür gehen, die eine Spracherkennung hat, die jetzt genau nicht zufällig auf dieser Kassette ist. Was? Du meinst, das ist ein Sci-Fi-Scheiß? Nein. They're really starting to hate this game. I mean... Das ist schon... wirklich dämlich. Ja, Tatsache. Hier ist es. Man kann hier also doch runter. Für das. Oder auch nicht. Hä? Hold on. Da irgendwo. Ja, dann kommst du später mit Jill hin. Das... Aber Jill hat doch gar kein Sturmgewehr. Nee, die kriegt steht rum. Da steht nur Sturmgewehr, aber das ist nichts mit Sturmgewehr. Ja. Die kriegt was anderes Schönes. Ja. Immer mal ne Sekunde. Aber das kam mir grad merkwürdig vor. Hallo, kleiner Penis draußen. Keks, könntest du bitte aufhören, jedem wildfremden Penis zuzuwinken? Das ist unwiesig. Ja, hoffen wir wohl. Die liegt jetzt schon eifersüchtig. Nein, bitte nicht. Er beschützt mich grade. Vor den Penis. Nein, vor den bösen, bösen Zombies. Beschützt er mich grade? Er beschützt sich also von den bösen Schwanzköpfen. Aha. Dickhead. Tut das wie Schwanzkopf? Nein, Schwanzkopf. Professional Haircare for you. Entschuldigung. Ähm, but the question I have... I found myself in. Why do I need to fight you? Du kannst mir hier unten eh nicht hinfolgen. Es tut mir so leid. Ich hab heute... Ich bin heute irgendwie am Witze reißen, am Scheiße reden, am rumsingen. Es tut mir echt leid. Es ist echt... Ist okay. Ich glaub, Vivi muss was kompensieren. Ja. Okay. Ich bin wie so ein Brunnen aus Heiterkeit. Ich spudel zu viel. Oh. Ihr... Ihr kommt da jetzt... Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Hier, haltet mal kurz. Ich find's geil, wie die Granate an seinem Booty abgeprallt ist grade. Oh. Oh. I'll catch a grenade for ya. Oh, die Granate ist an seinem Arsch abgeprallt und hat dann einfach alles getötet, was da war. Oh. Einfaches... Achso, ja. Er hatte einen Bombenhinter. Das ist ein geiler Arsch. Ich wollte doch nur wissen, warum die Dokumente überhaupt in ihrem Büro waren. Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin jetzt in der Fall. Der beste Biologe, den du je treffen wirst, du Bettmann, Wechsel in der Fläche. Oh. Stimmt, ja, wir haben noch nichts. Ja, wo gehen wir hin? Was ist unser Sinn im Universum? Warum hast du eine Marzgau? Warum liegt da Stroh rum? Wo gehen wir hin? Wo kommen wir her? Was ist der Sinn? Ist da doch mehr? Ist da ein Tunnel? Ist da ein Licht? Es macht doch keinen Sinn. Und ich atme, atme, atme. Du hast das Schafeln. Du hast das Schafeln vergessen. Oh, Michael. Dinge, mit denen man mal einen Pond ärgern kann. By the way, Bart ist tot. Hätte er mal rechtzeitig geultet. Tja, das war wohl seine letzte Journey. By the way, da muss doch ein PC sein. Ich weiß auch nicht, der eine, der beleuchtet ist, wo ein Umbrella-Logo ist? Mit Webcam? I wonder how, I wonder why. Ich finde halt auch den Fakt schön, dass du da die Reisen eines Lebens machst, um in das Labor zu kommen, während der Böse, wie ich den abgeknallt hat, einfach durchs Fenster eingestiegen ist. It's the answer to a never ending story. Ah, cool. Never ending story. So böse es klingt, aber zu wie viel Prozent bin ich durch? Du bist fast am Ende wirklich. Ach, thank you. 75 Prozent. Weil, ich weiß, es ist falsch. Und meine Erwartungen da, also meine, an sich sind meine Erwartungen schuld an der ganzen Sache. Weil, nach dem, was ich in Resi 2 hatte, wo ich das Spiel ja wirklich in den Himmel gelobt habe. Es war letztes Jahr mein zweitbestes Spiel. Wäre letztes Jahr DMC5 nicht rausgekommen, ne? Dann wäre Resi 2 definitiv Game of the Year geworden für mich. Ach, warte ab. Deine Enttäuschung wird noch wachsen. Ich spiele einfach weiter. Hey, ich spiele noch weiter. Es ist ein Power-Stream. Wir bringen das heute zu Ende. Und ich, es tut mir weh, dass es ein Power-Stream sein muss. Ach, in einer Stunde hast du es hinter dir. Noch nicht mal. Er hat auch Kartsdienst vor dir. Wer weiß, vielleicht hab ich noch mal ein paar größere Legs. Vielleicht fängt mein PC-Feuer, who knows. Vielleicht geht er noch mal runter raus zum Kotzen. Auch möglich. Ich mach übrigens in Animal Crossing mal meine Insel auf. Komm mal vorbei. Ich sag halt euch, also wenn das hier vorbei... Heute... Erwartet nicht, dass heute noch irgendwas irgendwie Bonus kommt, ne? Wir machen das. Und dann geh ich in meine Küche. Und hol mir mein... Das Essen, was ich vorhin zubereitet hab. Und werde das essen und es genießen. Ach so, ich dachte, dann holst du den Schnaps und hebst den erstmal. Ne, den muss ich mir für Samstag aufheben. Stimmt. Übrigens, Leute, Teaser. Teaser. Oh, Impfstoff im Kühlschrank. Nice. Dafür fahre ich meinen auch immer auf. Nein, ich höre die schöne Neon-Knickel-Röhre. Das sieht echt aus wie so ein Knicklicht. Ich hab ihn. Oder wie einer das beschrieben hatte, wie ein Sexspielzeug. Sei vorsichtig. Vorsichtig. Ein im Dunkeln glühendes Sexspielzeug. Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich dann... Man verliert man wenigstens nicht. Gut, jetzt fragt man sich, wie viele Situationen gibt es, wo man ein glühendes Sexspielzeug verlegen könnte, aber ich glaube, in der Situation steckt man nicht drin. DALADUM! Aaaaaaah! Oh mein Gott! Oh, einer holen! Oh, nein! Nein! Ich darf auch mal! Ja, aber... Ja, nee, der war schon gut. Der war gut. Ignoriert mich, Jungs! Ist okay! Ich bin nicht so der... Der... Der Sexwitz, aber der war lustig. Ich hatte beim Sex schon gelacht. Yay! Ablauf im Willi! Wow! Na, okay, Lumian, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass das hier besser ist, äh, schlechter ist als Resi 6. Um Gottes Willen, nein! War es schlechter als Resi 6? Nee, das geht nicht. Nein! Schlechter als Resi 7? Nää... 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 Es muss ne Menge passieren, dass man Resi 7 übertreffen kann... Ja, stimmt eigentlich. Wir reden hier nicht über... Ethan! Wir reden hier nicht über ein schlechtes RI. Ethan! Nee, es ist auch nicht... Also meine... Wenn wir jetzt von den schlechtesten Razies gehen, ist das schlechteste 7 und dann kommt 6. Und da fighte ich auch gerne. Man kann über Razie 6 sagen, was man will, aber das Spiel hat wenigstens solide Shooting-Mechanics. Es ist kein Resident Evil, aber es ist immer noch ein solides Action-Game. Mit einem Freund und einem Bier kann man das ganz gut spielen. Razie 7 nicht. Da hast du keine Freunde bei. Da hast du einfach nur dich selbst und das Bier. Das ist einfach nur traurig. Warst du dich, du Reins? Hast du dich und deinen rangetackerten Arm? Geht wieder los! Dich und deinen rangetackerten Arm? Und je nachdem, wie bescheuert du gespielt hast, hast du noch einen angeklebten Fuß. Gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Als sollt ihr mich eindecken? Wie denn? Hier ist nothing. Ach doch, da ist die Kiste. Doch, im nächsten Raum ist sie zugemüllt. Oh! Mein Hass... Meine Hasspassage. Oh boy. Was ich wiederum nicht verstehen kann. Ich spazier da durch im Schlaf. Ich nehm mal ein bisschen Erste-Hilfe-Zeug. Ich mag die nicht, ich mag die nicht, die Stelle. Gut, mögen und durchkommen sie in zwei Paar Stiefel. Nicht mögen, lieben. Nein, okay. Na ja, aber in der Zeit, wo Shadow die Langeweile seines Lebens hat, geh ich mal nur runterpissen. Nee. Ich sag nur, Shadow, schon mal viel Spaß beim Tower Defense. Oh nein. Ich sag auch noch viel Spaß beim Tower Defense. Ach, das war die Stelle. Oh nein, ich muss jetzt nicht wirklich. Ich hasse diese Stelle, die ist einfach echt nervig. Das war die ganze Tower Defense. Ich find's schön, wie die Zombies in vorderen Karte nur 10 Frames hatten. Äh, ja, das ist wirklich ein Problem, wie ich spiele. Es gäbe sogar von Mods, wo die... Die Zombieframes, ähm, fixen mussten. Alles gepixt, das war so schlimm. Ich hab 400 Schuss in diesem Scheiß. Ich werd jetzt einfach Rumble-Style reingehen. Du darfst übrigens die Leute... Du musstet wirklich diese Tür verteidigen. Wer hat sich so eine Scheiße ausgedacht? Kip, komm. Hier. Hier, haltet mal kurz. Haltet mal kurz. Ha, ihr seid auf meinen Halt mal kurz reingefallen. Mein, nein, das sind doch alles Bürgerlich-Kategorien. Ich brauch mal Zeug. Oh, crit. Salvador-mäßig. Ball on! Wait, what? Ist der eine Zombie einfach explodiert? Der eine Zombie ist einfach fucking explodiert. Der Zombie da draußen hat einfach nur fünf Frames. Der ist besonders gefährlich. Die explodiert. Die explodieren einfach. Das ist so stupid. Ich sag dem Motto, ja, wenn wir jetzt die noch da haben, dann kann das Spiel gar nicht mehr laden. Und ich sag dem Motto, ja. Das ist ein Tower-Defense. Das ist ein Tower-Defense gerade. Bring mir den Schalter! Er muss irgendwo sein! Er muss irgendwo sein. Das ist schwierig. Oh-oh. Halt mal kurz! Ich wollte keine zweite werfen eigentlich. Egal. Okay, it's dead. Genau wie meine Frames. Ich bin da gerade... Ich bin da gerade... Wieso komme ich... Kann ich da jetzt nicht herlaufen? Animal Crossing. Please, da bescheide dich. Nein. Hier ist ja noch mehr Zeug. Alter. Hi, dude. Bleib liegen. Lass dich nicht stören. Je... Ähm... Why am I dead? What the fuck? Ich war doch nicht mal auf Danger. Alles nochmal? Okay, now I hate this game. Now I fucking hate it. Alter. Spüren Sie den Bullshit, Mr. Krabs? Was ist das für eine Ranze? Wieso? Vor allem, ich habe dieses dreckige QTE gemacht. Du brauchst übrigens das Aufnahmegerät nicht mehr. Das habe ich jetzt gerade vergessen, wegzuschmeißen. Das hatte ich eben aber weggehauen. Alter, ich hasse dieses Spiel. Billige Tode auch noch. Das ist... Aber Instant Tode bedeuten das Spiel ist schwer und geil. Das waren ja nicht mal Instant Tode. Das war einfach nur... Wo kam der Damage her? Ich habe doch gedrückt, ey. Ja, gut. Also muss ich hier scheinbar super vorsichtig gehen. Alter, halt die Fresse. Wieso sollen die da überhaupt durch wollen? Wenn hier Futter genau vor der Tür steht. Da ist bestimmt was zu essen drinne. Da gibt es doch Chloropio. Und Nudeln. Die Zombies sind auch vor allem nie explodiert, ne? Aber jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal explodieren sie in der Blutlage. Man merkt richtig, wo sie es umprogrammieren mussten. Weil der Scheiß sonst nicht funktioniert hätte. Ja, Hunter Time. Okay. Shit, so früh. Schmeiß es doch. There we go. Ich bin auf gesund. Halten wir jetzt mal auf Protokoll. Ach, der kam da vorm Dach. Okay. Alter, ich bin voll auf der Tür. Irgendwann los. Ich bin doch weg, Mann. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. War das so einer, der mich gekillt hat? Ich muss halt auch noch achten, dass die halten, dass die, ähm, die Koffer alle wegkommen. Ja, ja. Oh, ein Plagas. Plagas a la Playa, oh, oh, oh. Oh, Gott, this man. Bad boys, bad boys, what you gonna do, what you gonna do, what you gonna do when they come before you. Ich hab noch Lots and Lots of Granaten. Sag sie, Granaten. Ich benutze die jetzt auch, fuck it. Ach, kurz rein, muss doch aus. Besonders der da. Der kriegt eine. Ich bin gleich wieder da. Es ist irgendwie, es sieht aus wie ein Plagas, aber könnte auch genauso gut eine Yu-Gi-Oh-Karte sein. Ich hab, by the way, gerade einen fucking Hunter gepuncht. Hier, haltet mal kurz. Hier auch. Jetzt hab ich grad den Generator gehauen. Auch nicht schlecht. Sag mal. Geht das übrigens nach Zombies, die ich gekillt hab, oder? Ach, irgendwie. Ähm. Sieht jetzt natürlich nicht so doll aus. Ähm. Jetzt muss ich nur noch aufmachen. Jetzt muss ich nur noch aufmachen. Sag mal. Wo kommt die denn jetzt her? Ey. Gut, du weißt, dass sie tot sind, wenn sie Splat machen. Da ist noch Munition. Ah, egal. Ähm. Vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen. Bis zur Detonation du... Oh, ah ja, hier. Die hab ich vergessen. Dann hätte ich noch. Dann war drei Sekunden als Pfeiler einstellen können, wenn ich da noch Probleme macht. Oh Mann. Ich geh in den Tresen. Ich geh einfach hier rein. Die stillen da sowieso nur. Und hier scheint keiner in der Lage zu sein, durch eine Tür zu gehen. Ich find's geil, wie der Sprengstoff die Säule clean durchgeschnitten hat am Boden. Müsste da nicht eigentlich... Ja. Trotz, es sieht einfach aus, als wär's abgebrochen. Aber zumindest ist's vorbei. Ich komm zurück. Oh. Das ist... Es ist trotzdem so unglaublich dämlich. Warum haben sie es für nötig gehalten, sowas hier einzubauen? Weil die versuchen hier allgemein auf der Reihe ein bisschen realistischer zu gestalten. Und dann machen die so den Scheiß. Nein. Ja, aber das ist dumm. So ein Teufelskerl. Wie... Ich... Wo wurde ich da... Ich hab schon gedacht, cool, ich kann sagen, oh, Deathless Run. Und dann krieg ich einfach mal immer so einen Bullshit-Tot. By the way, das ist... Alter. Komischerweise auf meinem... Auf meinem Fernseher, auf meinem zweiten Monitor, sieht das alles besser aus, als bei mir. Cutscenes, alle Zombies sind weg, ja. Alle sind tot. Ein Glück, der jetzt kommt. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Äh? Die Stadt ist sicher. Wie geht schoné? Schön, dass du dich als Info, falls du irgendwie da eine Früchte verkaufen wollen würdest. Meine Umsel ist offen. Ok. So schon den clip gesehen ich guckt während des streams keine clips könnte daran liegen dass es mir in realzeit passiert Clips gucke ich immer erst nach dem stream An alle Einwohner der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten Sie werden nicht überleben wenn Sie in der Stadt bleiben Bester Oktober Nein was kann ich sein Ja läuft ne Das Krankenzimmer verlassen Shit ich hätte nochmal Ich hätte speichern sollen Hey Sunshine Du hast mich gerettet Einen Scheiß habe ich Das war Carlos Er hat dich hergetragen und selbst behandelt Verrückter Kerl Oh es regnet wieder Wo ist er? Wieder los Schläft schon aber die ganze Zeit mit einer Granatwerfer auf dem Rücken Ich glaube ja Er glaubt er schafft das allein Ein bisschen unbequem Ich werde ihm nachgehen Warte hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft Ich versuche jemanden zu erreichen der in der Lage ist das zu stoppen Überlass ihm das Er ist Profi Ich auch Und gerade er ist aus dem Koma erwacht Ich kann dich wohl nicht davon abbringen Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus Hab den Kontakt zu Carlos verloren Erwarte also Ärger Eine andere Pistole? Tut die was? Hat ein Burst Ja brauche ich nicht Was hat denn momentan eigentlich Sketchy für einen Rübenpreis? Ziemlich hoch Ich war mal Ansonsten Sketchy soll mir mal ihren Freundescode mal rübergeben Wie hoch reden wir? Sie hat mich gerade auf so einen Animist Crossing Server eingeladen Das ist äh Das ist Feuerstoßmodell Schnellzugriff Mädel du sollst das Ich bin gerade überfordert Ich komme sofort Achso Und äh Das war richtig so Genau Ich packe die mal weg Kann man das immer noch nicht Nein nicht Leck mir deine Füße Ich kling mich hier schon mal im Chat aus Weil äh Also hier im äh Call aus Weil wir gleich The Masked Singer gucken Mhm Äh Ja und nebenbei muss ich noch das Sketch auf die Insel Deswegen Viel Spaß mit der Exidormask Danke Aber ne wie gesagt Sag mal das Sketchy Die soll mich mal adden Okay Fiegt mir denn da Tischen Äh Wie macht Wie soll ich ihr das denn sagen? Warte mal Schreibt mir einfach Dass sie mir mal ihren Freundescode geben soll Für die Switch Und jetzt soll ich mit ihr noch durchs Krankenhaus? Ja Du bist aber echt schon fast durch Ich wollte es ja loben Dank Deine Schlösser abklappern Wo du da noch hast Deine Waffen einsammeln So ein Ding ist das jetzt So Egal Ich bin weg Bis dann Oi Oh ist gut jetzt Ey Hör auf meinen Fuß abzuschlabbern Meine Fresse Der Krumme hätte ich dreck Oh 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 Okay Da soll ich lang Ne Ne This is the way to go Aber Wir wissen ja Dass hier überall noch Schlösser sind So I use it Magnum Munition Ja nehm ich mal ne Magnum Surprise Was könnte wohl im Innenhof liegen? Oh Ja jetzt Jetzt steht ja auch nicht mehr Dass da was liegt Äh das Ja aber da müsste es doch eigentlich Für Für Carlos da Irgendwie was geben dann Das kommt mir so weird vor Einfach Ich verkaufe es lang Im Innenhof Nur so eine ergonomische Griffe Aus seinem Gewehr rum Sie zeigen dir trotzdem Die Kiste an Die er nicht erreichen kann Ja das ist ja Das ist ja der Punkt Weißt du Hat mich beim ersten Mal Aber auch ziemlich abgefuckt Ach fuck Jill hat halt Null Platz Och nö Och nö Ich hab auch keine Grenades Hab ich dem Ding jetzt gar das Gesicht Weggeschossen? Lucky me Okay Okay Oh nice Ne nicht die Minengranaten bitte Mach bitte mal die normalen rein Ähm Achso Merkmal Munition Da war das Ja genau Jetzt muss ich erstmal hoch Vor allem Jetzt wollen wir mal Wo ich mal nochmal so drüber nachdenke Es muss ja Also es muss ja die Performance Vom Spiel sein Weil Diese Lags sind ja Nicht Consistent Die sind ja nicht Ne Quasi dauerhaft Was ja sein müsste Wenn es wirklich irgendwie An meinem Gear liegt Aber das ist ja mehr so ein Ja so ein Dann und wann mal lag Weil jetzt läuft es denn ja wieder ganz gut Jetzt läuft es ja flüssig Und dann kommen wieder Stellen Wo sich das Spiel denkt So I better shit myself Oh hey Noch einer Warum Gib mir mir mal neu ab Fuck off Unterschwellig gerade Es gibt Frage ob ich bei dir Es gibt ob die Insel darf Ja gerade Drüben auf dem Resi-Server erfahren Dass da halt Skip Turn Hat Da Skip Turn Turnips haben momentan Im Breit von 211 Bells Das ist auch nicht schlecht Ja Deswegen ist da so Dieses Rebecca Gips aus Vendetta so Machst du das? Ähm Das war der Ja finde ich gut Ähm Ähm Find ich okay 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 it's very great Ah da passt sie durch Okay Okay Trotzdem ich habe bislang noch nicht einmal diesen Insta Kill von den Viechern gesehen Oder generell irgendwas was mal ansatzweise interessant aussehen würde Ach du heilige bei wem hast du diesen verkaufen können können Lini Ich glaube das hat sie heute morgen erzählt als wir ähm kurz noch Arams gespielt haben Da hat sie auch nur geschrieben ich bin reich Rüben Stonks Hä Ach hier Sprengstoff Aber dann auch wieder muss ich sagen Das fällt mir jetzt nämlich mal auch so nebenbei ein Das Spiel hier wäre an sich gut zum Speedrun Ist es auch Du schaffst unter zwei Stunden Ich habe es unter eineinhalb geschafft Das war stylisch Wäre es praktisch gewesen Das ist so eine Schwäche von mir Wo ist denn hier was? Okay In this moment ist eine Band Die kann ich nicht auf Arbeit hören mit den Kindern Wieso? Nicht bei den Themen über die die singen Okay Soziale Ausgrenzung Mindest Arbeit So By the way geiler Shot auf Jills Arsch In Ultra Close Up Denkt sich Hasi bestimmt auch Übrigens ihre Knie sollten jetzt auch im Arsch sein Sie hätte schon längst tot sein müssen Oh eine Lightning Hawk Ach das ist nice Aber hey Die alte Hawk ja im Krankenhaus Äh Ripplecker wäre nicht begeistert Ach Ripplecker Wird es geschehen wie erst ein Raccoon Ach so und jetzt kann ich hier quasi wieder rüber Okay Dann nehmen wir doch gleich schon noch die andere Magnum Money mit Keks argumentativ ausgekondert Entschuldigung ich muss mich gerade umziehen In Animal Crossing Again Ja Kannst du bitte aufhören hier ständig ein anderes Kostümchen anzuziehen Sobald jemand auf deine Insel kommt Nein ich geh weg mit dem anderen Kostümchen anzuziehen Ach so genau Das selbe in Grün Hör auf damit Das ist verstörend Ich sage was Grünes Ja Das ist total die neue Erkenntnis Du und Grün Vielleicht Stronx Wie lange war das noch mal Dass Rüben sich halten Aber das hat mir Das hat mir Sketch erzählt Die laufen irgendwann ab Ja eine Woche lang laufen Die haben basically MHD Okay Rüben verkauft Werde reich Okay das war wieder so ein Moment wo ich mir sage Gut ich habe gerade einem Hunter das fucking Gesicht entfernt Das war ziemlich cool Von Atemberaubend allerdings noch entfernt Durchaus Du bist atemberaubend Du bist atemberaubend Der war hier Der kann ja dann nur Ne warte Der kann aus dem Ort hier gekommen sein Aus der Tür Gut okay Nehme ich Gebe ich Versuch nichts logisches zu sehen Meistens kommen die aus irgendwelchen Bullshit Shitgründen Aber dass Carlos Hier Buddy da Die Schüsse nicht gehört hat Und er sich gedacht hat Hm vielleicht sollte ich mal nachgucken Das klingt bei Jill nach Trouble Das will er nicht wissen Das will er nicht haben Ja der hat damit zu tun Am Computer zu sitzen Und Leute zu lokalisieren Obwohl sie dir gesagt haben Wo sie hocken Umbrella Under my umbrella Ella 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 Was wollen die immer von Ella Ich habe keine Ahnung Was sie von Ella wollen Oh Angel hat den Timer verpasst Hm okay Das ist Angel Dem vertraue ich doch Ja Keine Ahnung warum gerade Weil ich nicht hingucken wollte Ich habe auch kurz im Moment nicht hingeguckt Ich habe kurz nicht hingeguckt Weil ich Neh Bin halt hier bissen Gute Frage das Warum hat das keiner vom Krankenhaus je bemerkt Geld Um genau zu sein Viel Geld Oh Sag mal Supper Supper Oh mehr Platz Oh mehr Platz Ähm Okay Ja denn Ja denn Zu deinem anderen Handy What the fuck is this Ne ich und mein Handy Ich habe mein Handy meistens wenn ich zu Hause bin Echt immer am Arsch der Heide liegen Was wird das jetzt hier Lager Logistica Jill Lager Simulator Achso hier gelb Da ist es wieder Ich glaube Keks wird allergisch auf gelb Ist das der Wesker Boy Ne das ist nicht der Wesker Boy Ich finde es aber interessant wie er da einfach nur stand und sich gedacht hat Ja Mensch das ist äh das ist okay Und stehe ich hier und führe einen diabolischen inneren Monolog mit mir selbst Ey möchtest ich zu mir kommen und mit mir reden Nein ich bin mit Monologen beschäftigt Aber leider enden unsere Spielchen hier Du glaubst es ist vorbei Oh sie sieht aus wie schön Danke Falco Ihhh du bist ja nackig Ach die Dinger Was bist du denn Äh Kurzfassung Möchte gern Regeneratus Knall einfach so lange drauf bis es tot ist Plan B Ich nehme den Fahrstuhl und lasse das Ding da unten zum Verrotten zurück See ya Das Ding hat nicht mal Beine Ah so was wird das jetzt wieder Kann ich das kurz vorbeibringen Ja kann ich Hey na Ich bin nur kurz da weil ich keinen Platz in meinem Inventar habe So yeah Äh be right back Pack nur kurz die Sicherung da rein So Und dann bist du mich gleich wieder los Du kannst ja doch laufen Es ist ein Wunder Es kann laufen Ein Weihnachtsbaum der sprechen kann Vor allem ich find's geil wie er da die ganze Zeit oben steht und sich denkt Boah yeah Äh ich lass sie mal einfach äh Einfach mal machen Das bringt mir bestimmt nicht später noch Probleme oder so So Tschink tschink Kannst du auch nicht machen Och nö Ähm wo ist hier der Nice dog Ich bin Ich hab ein bisschen was an äh verdienst gemacht Ich habe pro rüber jetzt 200 äh 200 äh Standings verdient Nice Kluge Hunde Nicht in diesem Spiel Auch wie der war Hey Johnson Diesen Dash einzubauen war halt echt ein Fehler Vor allem wenn er mal funktionieren würde Das Problem ist das tut er in der Regel nicht Oh mein Gott wer bist denn du Oh mein Gott bist du nicht Eine Sackgasse Ich weiß ja nicht Ich kann nicht aufhören dieses Gelb zu sehen Oh mein Gott ist die süß So ein anderes Problem ist ja halt auch Es ist Ja es ist null Musik Das Ganze soll gerade spooky und Ambiente sein Aber irgendwie ist es das überhaupt nicht Du hast halt einfach nur Pure silence Tschüss Tschüss Hm Ich bin gerade bei einer von drüben von Oh 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 Schau Ich bin hier gerade von einer ähm Äh hier von drüben vom RE-Server auf der Insel Und ja die hat völlig sie zum Gewohner Ah Shortcut Easy Das Spiel will halt aber auch Dass du speicherst Wie so ein Bekloppten Ach shit Habt gar nicht gar nichts Ähm Ich merke halt Ich hab auch gar keine Highlight-Items Das behalten wir dann mal lieber Yo Okay Man könnte kein Ada-Cosplay machen Ich könnte ein Kreuz gebrauchen Ein grünes am besten Grünes Kreuz Nö Munition Munitionshalter für die Flinte Ach macht das Nachladen schneller Cool I'm in danger Ist das Moment Ist das wirklich Autosave Also diese drei komischen Popeln oben an der Seite Ja Das ist Autosave Why Ich meine ich beschwere mich da nicht so sehr drüber Weil Ne Ich finde es gut Dass man wenigstens noch die Möglichkeit hat Manuell zu speichern Weil ich hasse es Wenn du nur auf Autosave Zurückgreifen sollst Ich finde das ist immer sehr Unresponsive Ein G's 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 Ich brauch aber ein Kreuz Ich brauch Sauerkraut Ich hab ein Kroat in meiner Tasche Das wäre nicht mal nötig gewesen Ach komm Dennis Was wird das jetzt hier Roadcall Der fucking Gegner Das müssen noch mal alle Gegnertypen zeigen Die Reichheiten an der Zahl Freiheit Oh Alter Die Dämon Das ist ja ein Kraut Alter ich brauch ein Kraut Nice Aber gut Dass Fishman da war Um die Sache zu klären Hat Fishman vielleicht ein Kraut bei sich Vielleicht hat man versucht ihn mit Dill zu servieren Yes Hat man Sehr schön Perfekt Flügel mit Dill Monster Das ist ein Fisch für mich Und jetzt sag nicht Oh du bist ein Hamburger Für dich ist alles Fisch So wie es mit seinen Flügelchen schlägt Ich finde es sieht eher aus wie ein Fisch auf zwei Beinen Irgendwie sowas dazwischen Gut Muss ein schöner Autounfall gewesen sein Bei der Zeugung Ein Fischvogel Muss jetzt die dritte sein Achso Hier noch was Oh ja Pistolen Piranha auf Piranha mit Beinen Ja doch Piranha könnte es auch sein Squeaky squeaky Es ist auch absolut still ne Absolut und spotly Ich finde einfach meine Musik passt einfach gerade gar nicht zu den beiden Spielen die wir hier gerade spielen Tja Komm mal hier her Ich geh da mal da Boah Magst du mal nicht so schnell laufen? Hä? Ich hab einen übersehen Ja Mein Kind Aha Angelos Oh Angelos hat eine Riffle Sherry gemacht Me süß Wo hab ich denn die letzte jetzt übersehen? Ah ne Ähm Liftschalter 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 Leiter Grünes Da wäre noch ein grünes Kraut gewesen Im Hintergrund hört man den Kumpel leise gurgeln Wieso zeigt mir Disco das nicht an? Hm Ähm Ähm Okay 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 I got the memo Danke für den Bericht Angel So jetzt ist halt die Frage Wo ist die letzte Warte mal Ich hab jetzt die vier gefunden Also wahrscheinlich die drei irgendwo geskippt zu haben Ähm Einer hast du doch direkt eingesetzt gehabt Ja Das war die zwei Und jetzt eben bei Fishman Fuck Habe ich hier den Äh Die vier gefunden Ja dann musst du ein Ding zurück Zu diesem Shortcut Raum Die Tür seitlich raus Und dann äh Kommst du noch zu dem einen Bereich wo du durch musst Echt da ist einer? Oh da ja Oh sehe ich jetzt Also ungefähr an der Location Ja Ich hab die Tür Jetzt sehe ich sie ja auch Ich war wegen ihm hier ein bisschen Alter Kamera Hi Äh Beziehungsweise Nee Warte warte Nee Du musst nicht durch die Tür Ähm Doch Ich kann hier aber durch Äh Äh Du musst den einen Lift Äh Wieder hochfahren Und dann über den Steg Äh Vorwärts Oder? Äh Ich kann da auch All nas lang quer Ja Und Schießpulver Du wirst es schon finden Ja Hunter Hi Ja du bist richtig Oh oh Ich hab jetzt einfach gerade Sheldos Stream einfach nur so Und den Chat einfach nur so ein Leben bei Und die Achter gerade Er hat meine Resi Menschen Weil hier ist er jetzt Ach hier ist die Okay Das war's Ach so So ist das gemacht Ah ja klar Man kann ja so nicht mehr zurück Ja Macht Sinn Warte warte Das war die Tür Nice Job Da kommt Sheldos gleich zu dem Äh Part Bei dem Cat Gestern verzweifelt ist Oh geil Noch so ein Spaßpart Ja Sagen wir so Problem ist Es war schon spät Und sie hat einfach den Raum nicht gecheckt Obwohl sie das Spiel schon mehrmals durch hatte Also entweder Also entweder crasht mir das Game heute noch Oder Ah das ist auch so ein Bullshit Mode Oh Alter ich bin Ach come on Come on Game Wir haben es fast geschafft Halt noch ein bisschen durch Wir haben es fast geschafft Der Bullshit geht weg Wenn du nicht dran glaubst Der Bullshit geht weg Wenn du nicht dran glaubst Flachkammer Nein Andy ist nicht da Corsica ist geschlossen Oh shit Okay Ich geh dann mal See ya guys Ist immer noch besser als Left Alive Ja Kunststück Left Alive war auch Pure Garbage Hier sind wenigstens noch Ein paar gute Akzente drin Mist Es ist halt nur irgendwie Mirrors Edge mit reingemischt worden Ja Ich sag ja Das ist ein Echt schlechtes Zeichen Wenn du als Game Designer quasi Irgendwelche Die gelben Markierungen In dein Spiel einbauen musst Weil das Spiel an sich Nicht verständlich genug ist Um zu Von sich aus zu zeigen Was du machen sollst Oder wo du lang sollst Das ist kein gutes Zeichen Bei Mirrors Edge war das ja Wirklich einfach dieses Das war deren Style Das war deren Style Einfach Das war der Art Style Einfach Eben Das ist eine Sache Hier Hast du so das Gefühl So warum ist überall Gelbes Band Gelbe Türen Ach du Heiliger Die viele Schmetterlinge Ach du Heiliger Sie geben uns eine Chance Sie stoppen den Angriff Wenn Und das ist ein verdammt Großes Wenn Wir ihnen den Impfstoff liefern Left Alive war eigentlich ein Game Was jede Menge Potenzial hatte Und denn nichts geworden ist Einfach nur im Grunde Ein Stealth Game Mit den Weltschlimmsten Stealth Mechaniken Oh boy Warte mal Okay Okay I see Ey 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 Schieb mich nicht weg Ja Cool Ich darf nicht rennen Nee Sicher du willst mich anhalten? Anhalten? Wofür? Ich schaff das schon Okay Erledigen wir das Ich wollte gerade sagen Was ist das denn für ein Dino? Das ist mir eingefallen Ach ja Ein Nemesis exist Oh he got dicked Oh he got dicked Genau das ist Das ist Louis in Resi 4 auch passiert Scheiße Scheiße Louis Man of Love Oh es wurde gegründet Ja Von hinten Gut dass hier diese Random Riesige Gigantische Sicherheitstür ist Sonst wäre das Echt böse Ausgegangen Das ist ein Gemuteten Töten von allem Nur nicht von Gilles Locked Ah lass mich raten Letzter Teil Ja Soll ich übrigens mal Dein Glauben an die Menschheit Ein bisschen weiter ruinieren Ich mein Tritt ruhig einen Menschen Der am Boden liegt Also Oh der wird dich Richtig treffen An diesem Teil Also am Hauptspiel Hat noch eine Firma Mitgewerkelt Beziehungsweise Den meisten Part übernommen Nennt sich M2 M2 Wurde von dem Ehemaligen Platinum Game CEO gegründet Ey das ist doch Was Gutes Du siehst wie gut es geworden ist Oder I mean Vielleicht war er nicht Vielleicht war er nicht unbedingt der Beste In seinem Job Ja Vielleicht hat er einmal zu oft frei gehabt Mhm Vielleicht hat er sich gedacht Mensch I don't know Jetzt an dem Part wo ich hier bin Am Hauptspiel Achso am Hauptspiel Ich dachte jetzt hier An dem Part Das meiste von dem Bock Müsst ihr da drinstecken Sich nicht wie wie es hier anfühlt Während die Verbrochener haben Das ist im Grunde traurig Ich bin so ein Platinum Games Fanboy Ich glaube es hat einen Grundraum Der Typ Ehemaliger ist Er hat wohl keine Gehaltserhöhung bekommen Oder die Leute waren einfach noch nervt Die waren mehr aus Als ich drin haben wollte Ach das Schlimme ist Es interessiert mich überwiegend noch nicht Was da in diesen Notizen steht Ich dachte schon Ich habe gerade gedacht Dieser Feuerlöscher wäre nur angemalt Naja streng genommen Sind sie angemalt Ich meine an die Wand gemalt 2D Na so weit gehen wir jetzt nicht Keine Rückschritte zu Resi 6 Angemalte Regale und sowas Das muss man im Spiel noch lassen Die Orte die man so sehen kann Da kann man auch irgendwie rein Wenn es denn mal lagfrei ist Das muss ja Legen Sie zum Start der Impfstoff-Synthese Die Rohstoffe in die Kammer Rohstoffe Jetzt ein Kraut Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay Muss rausfinden wie Oh Gott yes Wall of Text me bitch Antigen Adivans Willst du die Kurzfassung? Bitte Find zwei Röhrchen voll Flüssigkeit Gib sie zueinander Drück drei Knöpfe Ende Sounds hard Ja Jill kann das Jill hat aber voll Probleme auch damit Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel Einfach Das ist ein USB-Stick 1998 Das ist so ne Sache Damals gab es noch keine USB-Sticks Ne donker USB Ja Unglücklich Betrachtet Corona Ah my Sharona Ist ein USB-Stick Sperre aufgehoben Ach schön Achso Ich hab grad Nur ein grünes Das Ist Just Dandy Och nö Nicht so einer Zwei davon Oh Ach der Raum ist voll von denen Und ich hab dem Ding das Genick gebrochen Holy shit Okay Ist okay Du kannst halt zehnmal dashen Ich bin tot Einen hoch auf dem möchte ich gerne Regenerators Ey ich mag dieses Spiel echt nicht Vorm ist Biene Moin Moin Das muss ich jetzt nochmal Oder Ja Geil Es ist echt frustrierend Es ist einfach nur frustrierend Es fühlt sich einfach an wie ein echt langweiliger Shooter Mhm Nicht wie ein Horror Game So wie es der zweite hingekriegt hat Sondern Einfach nur wie ein Shooter Ey wer würde Angel nicht mal gern knabbern wollen I mean Seriously Die beiden hegen eine langjährige platonische Freundschaft Streng platonisch Yeah You need to fuck my sister Leanne Legen Sie zur schlappe in Schnapsel Sie sind die Rohrschnappe in die Kammer Ist ja nicht so als hätte ich das so oder so schon geplant Ich muss sie den selben herstellen Was geplant Was rausfinden die Schön Gib her den USB Habino Zombies Das wird noch witzig der Raum Kriegt man die eigentlich irgendwie down Ja kriegst du Du musst halt mit der Schrotflinte draufhalten bei denen Schrotflinte Oder mit dem Granatwerfer Zwei Schuss aus der MAC Granatwerfer halt Alles was wirklich reinbämmst Die MAC hab ich halt immer wirklich gern nur für Bosse Schwer aufgehoben Das ist sowas das Hab ich mir Lege ich mir mal selber Nee du bist Und du bist ein Normi Verpiss dich Man nutzt halt hier die Pampe Die Pampe Die Pampe So drei vier Schuss reichen meistens Oder eine Granate Keine Ahnung wo der eine In den Granatwerfer verschwunden ist Ja Keine Ahnung Tut's auch nicht auch immer Ob das es so aussieht Ob das sie von oben ist Und ein schön kross werden Die Enzflachen Nicht mehr labrigen Brathühnchen aussieht Hast du es geschafft Wenn es schön knusprig aussieht Dann ist es gut durch Genau Immer schön drauf Ach der Blödsinn Äh Hä Kumpel Was hast du denn da Ach cool Oh boy Noch mehr Granaten Boah was war das denn gerade Alter feuchte Aussprache FTW Hab ich halt wirklich FTW gesagt Ey was ist mit mir los Man merkt mir geht es nicht gut Das muss die Stromversorgung sein Hey na du Don't do that Das ist unhöflich Man muss halt dazu auch sagen Die Paleheads die wurden ein bisschen genervt Auch Weil Die hattest du zum ersten Mal In ähm Hier dem Ghost Survivors Ghost Survivors Und da waren die halt echt noch extrem Ja das Wow Ja das Game belastet Ach joa Mensch Ich behalte mal dich bei mir Nah Nah Bei mir Ach Goddammit Was hab ich denn Das sind Minen Kein Wunder Die kann ich ja mal verbinden Nutzen Ne ne Das mit der Diashow Das ist äh Ist schon richtig so Das ist einfach Das Spiel ist halt nicht so Geil was das angeht Wenn man es Ohne Stream spielt Äh Flüssiger Bestimmt Ich hatte zwei Resistance Aber das hatte ich letztens Bei Resistance Ich wollte mich letztens Resistance Scream Okay Muss doch nicht gleich umfallen Alter Das Spiel möchte echt Dass ich Sprengstoff herstelle Ich merke das schon Ähm Ne Also nennen sie ihn Nemesis Nemesis Ach natürlich Ich hole die Sachen Auf den Kühlschrank Ähm Shit Bin gleich wieder da Hm Ist du noch da Ja Okay Ah fuck Ah fuck Ich brauche leider gerade Platz Aktimal verstärkte Abwehrkräfte Versucht das Spiel jetzt auf einmal Musik zu haben Auf einmal spielt Musik So out of nowhere Das ist diese eine Szene in Hyrule auf der Ebene Diese eine Szene in 3D Oh geil Auch aus dem Militivspiel Fuck Fuck Den habe ich jetzt aus der Luft gefischt Nice Drei Hunter Ja Mensch Läuft Was ist eigentlich die Mehrzahl von Nemesis 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 Nemesai Die Mehrzahl von Nemesis Mimimimimimi Das geht natürlich auch Das ist irgendwie das Einzige was ich mit dem Kerl assoziieren kann Vielleicht da unter durch Ne aber das Sprengstoff Das mag ich Wow hi Ähm Darf ich mal Darf ich mal Darf ich mal Muss mal durch Kannst gut beißen Mignon Gutes Gebiss Einmal raus Einmal die Gegner resetten Echt sogar wenn sie brennen Ich komme zurück und sehe was brennen Ja die Biester machen sogar damage wenn sie brennen Ich habe jetzt wieder das falsche zuerst geholt Kulturenprobe Ich glaube ja Achso ne Okay Ich muss mal kurz ein Foto davon machen Für Angelo Mit Angelo weiß was ich im Store habe Okay jetzt kommen die hier hoch Ihr dürft wenigstens mal die Gnade haben umzufallen Oh ja perfect dodge Mr. Massent Moin moin Okay Äh gut ich habe noch Schießpulver Ich wollte nicht die Pistole rausnehmen Schießpulver Sag aber Nimm raus bitte Da geh Äh Kombinieren Und bitte speichern Ich will nicht nochmal in diesen Raum müssen Äh Es geht mir so weit gut wie es Hier gehen kann Oh shit da wäre Flinten Munition gewesen Oh da muss ich da ja nochmal rein Shit Hochwertiges Ach da wäre hochwertiges gewesen Fuck Ach gut ich gehe da nochmal rein Ich habe ja gespeichert Ja Mado moin moin Ich hasse die hier ne Ohne Scheiß Die gehen mir so auf die Zwiebel Tatsache Munition Nice Noch einmal Äh Stationskammer Wow hi Okay Ich habe sieben mal durch Mein Respekt Holy shit Okay 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 Ich merke schon so langsam findet es mein PC nicht mehr witzig Oh je 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 Schlimmere Resis gibt es auf jeden Fall Das möchte ich nicht mal Ne Aber ich könnte jetzt Ich könnte jetzt zwei nennen Aber es gibt auch bessere Und wie gesagt Ich habe da Ich bekomme hier echt Bock Wieder Resi 4 mal wieder zu spielen Weil das ist so ein Teil Den spiele ich religiös Okay Okay Hoffentlich kommen wir hier einfach nur durch Ich will hier einfach nur durch Bitte Okay Resi 6 zum Beispiel Wie gesagt Wie gesagt also Klar Resi 6 ist kein gutes Resin Evil Möchte ich gar nicht Möchte ich gar nicht ansagen Aber Es ist kein schlechter Shooter Es ist zwar nicht sein Job Das zu sein Deine Mutter ist unautorisiert Nein Nein Okay Oh nein Das ist so was Hä Hä Ähm Das war eigentlich vorbei Ich versuche da raus zu kriegen Auf was ich Das Ganze bringen muss Ach so du mixst gerade das Zeug zusammen Ja Kurzfassung Ja bitte Zweimal Mitte Einmal längs Ach alles auf 50 Ja Aber hohe Jetzt habe ich wieder diesen systematischen Kommentar In meinen YouTube Videos Wo dann jemand sagt Oh alter Kann der mal aufhören alles vorzusagen Der ist voll scheiße Wenn er dabei nicht bedacht hat Dass ich hier da Stunden sitzen würde Und ihr das absolut nicht unterhaltsam finden würdet Außer das hier Weil ich weiß genau Wohin das gehen wird By the way Mutig So in deinem Hals mit dem Messer rum zu pieksen Ja Das ist die sicherste Variante Wie man sowas macht Ich habe einen Rave Stick Genau Das ist halt so ein Knicklicht By the way Wieder Geiler Kamerablick Auf Jills Arsch Das Spiel hat es echt mit Tentakeln Also irgendwer bei Capcom Hat er echt Oder bei denen die das gemacht haben Jetzt echt ein Versauten Ja Das bestimmt noch zuverlassen Der Charakter muss Von Grund auf nackt designt haben Und Klamotten drauf designen Bestimmt nicht Damit die ganzen Designer Die Krämchen machen Es noch leichter haben Ja echt mal Hier ist ein Capcom Wir müssen uns auf die Not-Safe-Community verlassen Jetzt hat das Spiel Auf einmal QTEs Nicht maschen Gedrückt halten Ja ich merke schon Gedrückt halten Funktioniert besser By the way Wieso hat das Spiel jetzt Auf einmal QTEs Vor allem gerade jetzt Das ist das einzige Mal jetzt Aber bei 1 kommt sogar noch Der Arsch war auch schon mal besser Na komm Wir gehen jetzt mal nicht so weit Wir Sagen jetzt mal nicht so Oh das ist Es gibt bessere Ärsche Das ist nicht cool Das machen wir nicht Das machen wir hier nicht Erste Hilfe Spray Was haben wir denn noch so Hier rumfetzen Immerhin Das Meine liebe Keks Liegt im Auge des Betrachters Die hatte einen geilen Arsch In diesem Suit Warte mal wer Ich habe nämlich gerade nur Chris gehört Claire In dem Äh Elsa Walker Suit Die hatte einen geilen Arsch Da drin Okay Letzteres bestätige ich nicht Rebecca Würde ich sogar Ja Keks Bili hat einen total tollen Arsch Bis die Hat er auch Hat er auch Wir müssen ja einfach nur geben was ich hören will Ja Angeblich Ich habe da andere Dinge Momentan Ich habe noch nichts gehört Ob was das Hier zusagt Was da absagt Ich warte erstmal drauf Bis mir meine Freundin Was dazu sagt Hier wegen RE4 Remake Ich glaube da Eher meiner einen Freundin Ganz ehrlich Resi4 braucht auch Kein Remake Ein Remaster vielleicht Einfach mal ein bisschen Die Grafen Mal ein bisschen aufprobieren Vielleicht die Äh Controls ein bisschen hübscher machen Wie da Ja Das würde ich noch einsehen Grafisch auf heutige Standards bringen Ja Aber ansonsten Das Spiel braucht kein Remake Ein Remake braucht wirklich Code Veronica Code Veronica braucht ein Remake Die Stadt braucht den Impfstoff Mehr als ich Du hast deinen Dildo verloren Am meisten Die wollen ja auch Eine Reihe Vielleicht müssen wir auch 7 und 1 nochmal neu machen Machen wir einen Deal Geil Weil ich Lacks in der Cutscene hatte Ist die Cutscene jetzt unsynchron Oh So was ist tief So was kann ich gar nicht Ab wenn irgendwie Cutscenes Asynchron sind Ja Die Alter Die Cutscene ist brutalst unsynchron Alter Ich äh Lumina Da kann ich sagen Sie arbeitet bei Capcom Sie arbeitet aktiv bei Capcom Boah Käfig Deathmatch Mit fucking Ich warte mal hier Ses Ich bin jetzt halt Ehrlich Ich sag jetzt Ihren Namen nicht Aber wenn man Gut genug In der Szene Unterwegs ist Kennt man Ses Da kennt man Was lässt du deine Border auf Ich wollte gerade Ich bin jetzt 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 Warte mal Okay 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 Ist gut Spiel Beruhig dich Bitte Bitte nur noch Ein bisschen Suddenly Carlos Das ist echt Ein Riff Okay Oh boy Äh Lumina Das ist bei mir Aber auch so Ich hab mir Dieses Vertrauen Halt auch Aufgebaut Nach und nach Bei der Person Deswegen Ich da halt auch Nicht so Jetzt bin sie Von wegen Dass ich es Genau Ihren Namen Es ist halt Wirklich so Wenn man wirklich Auch in der Szene Aktiv ist Und alles Und auch in der Nationalaktiv Dann kennt man Die Person Dann kennt man Aber ansonsten Bin ich da so Ja Im Endeffekt Sie hassen Kontakt Aber ich sehe sie halt Eher als Freundin An Ich sehe sie eher Als Freundin Mit der ich halt Fieber Resin Versteck dich hinter Tank 2 Geh da hin zum sterben Sagte Carlos Hm Wenn er das sagt Wo ist Sollst du auf die roten Teile schießen That's good to know Sagt Versteck dich in der Tank 2 Oder hat er gesagt Er Ja Versteck dich in der Tank 2 Das habt ihr Wort Das ist kein Insta-Kill Na gut Dir fehlt jetzt halt Die Hilfe vom Bau Eine Schnelldiät I mean Ja Ich habe keine Ahnung Was er gemacht Das sah mir so aus Als hätte er mir Irgendwie eine Kopfnuss Ausgegeben Oder den Weltschlechtesten Blowjob Na ja Eigentlich frisst er Deinen halben Bauch Warum der noch Instituiert Achso Da kann ich ihn Runterschießen Sobald er sich Hinter versteckt Einfach auf die roten Quadrate schießen Achso Scheinbar nicht mit der Schrotflinte Das ist keine gute Idee Scheinbar Jill Ja ist Cool Again Jill survives this Again Ach so Funktioniert das Sollte ich das dann Vielleicht mit der Knarre machen Funktioniert das besser Ja okay Ich verstehe Danach suche ich dann Also Ah okay Oh I got something Feuer Hat er einen Bagger Nach dem Ding Geschmissen Ja fucker Erstmal dran gedacht Dass ich überhaupt Noch eine fucking Desert Eagle habe Beziehungsweise So eine Lightning Org Ja Benutzt du es denn Reitlich Ich würde es gerne Wenn die Lags Nicht so krass wären Aber die Lags Sind halt echt Das größte Problem Alter Bitte Bitte PC Halt noch ein bisschen aus Wir haben es fast geschafft Falls ich den Boss nochmal machen muss Ja ich aber auch Oh ne Oh Ich schicke dir den Kran Kletter dran hoch Oh nein Komm schon Komm schon Jill Wärm zurück Alter Get deckt Wie praktisch Das ist dieser Kran Was zum festhalten Und draufsteigen Na ja Das sind was Und jetzt schmelzen sie ihn einfach ein Wie uncool Und jetzt alle zusammen Den sehen wir bestimmt nie wieder Den sehen wir bestimmt nie wieder Das darf nie fehlen Jedes Mal wenn man das sagt Muss ich an diese eine Folge von den Biberbrüdern denken Nicolai Wo bist du hin Ich bin fast tot Das ist Da bin ich fast hin Ich hab noch einen Schuss In meiner Lightning Hawk Ich muss den Impfstoff zurückbekommen Nemesis Survives Das Ich hab halt nix mehr gerade Das ist halt Doch ich hab ein grünes Kraut I can survive this Du wirst gleich eh nochmal zurückgeschissen Mit Zeug Wahrscheinlich ja Ich speichere hier einmal Ich hab aber echt gedacht Ich wäre jetzt zweimal krepiert Hä Ach da Ich hab so das Gefühl Ich lese das mal nicht Weil ich glaube Das würde mir was cooles spoilern Ach Geh die fünf Schritte weiter Da müssen wir sie durch Ach Gott sei lohn Ich muss wirklich noch fünf Meter gehen Ich mag auch Geld Wer mag Geld nicht I mean How Why is it a giant dick Because Centakel Nemesis Survives Ich meine Wir haben gesehen Wir haben gesehen Wie das scheiß Vieh Zu Suppe wurde Nikolai Er hat den Impfstoff Was ist mit dir Uns läuft die Zeit davon Ich pack das schon Klar tust du das Hör zu Nur dass du's weißt Das ist das letzte Mal Okay das sieht verdammt cool aus Ich gestehe ich gerade ungern Aber das Ding sieht cool aus Ja das allein rettet allerdings kein Spiel Nein ich weiß Es sieht halt aus wie jedes Bloodborne Monster Ja aber das ist halt bei mir schon wieder Ne Oh du weißt für mich ist das ein Pluspunkt Äh ja Ich hoffe mal du benutzt das Ding das hinter dir in der Mitte stand Achso This is fun I like this Es gibt sowieso nichts geileres In irgendwas Als ne Railgun Achso und jetzt soll ich quasi so lange überleben Bis das Ding wieder recharged ist Ah ne ich muss die Dinger reinschieben Ich seh schon Ja ich seh schon da Schwachpunkte Die klassischen Plotten Äh äh Da ist er wahrscheinlich gestunt Sofern ich das überhaupt überlebe Okay ist okay Alter Verwalter Die obligatorischen Schwachpunkte Die doch noch nie fehlen Oh shit da ist noch so einer I guess I'm dead Komm tu mir weh ist das Ding Ja danke es ist ein Insta Kill Das hab ich gehofft Assistant Ich bin jetzt dreimal in diesem Spiel gestorben Das ist der Final Boss Stimmt wollen sie Assistant Alter go fuck yourself Alter go thump yourself Okay ich hab diesen einen Bubbel nicht gesehen Hab müssen Ne aber jetzt hat einer mal mitgezählt Wie oft Nemesis jetzt sterben musste Bis er mal auf die Idee kam Dass er mal endlich dich zerquetschen könnte Ich mein ich hätt eigentlich ja schon gehofft Er beißt mir einfach den Kopf ab I mean I mean why Why shouldn't he Because you're Jill Hattwich Was ich ja auch nicht verstehe Weißt du das Spiel hat Autosaves Nutzt sie aber nicht Das ist mir irgendwo unbegreiflich Okay Okay Nice Vor allem so ein Ding abzufeuern Ne Ich mein Je nachdem wie man Gerade guckt Wie das hier Am Boden aussieht Sie hätte eigentlich tot sein müssen Sie braucht Strom Ja eigentlich müsste ihr Der 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 Rückschlag Müsste sich eigentlich zerfetzen Überleg einfach mal Wie Nadja das Ding abgefeuert hatte In Vendetta Ja Also überlegen mal Jetzt vergiss mal nicht Was das kleinere Modell angerichtet hat Wir reden hier von 60mm Geschütz Eben das ist ja ein riesen Ding Alter der Boss ist halt nur nervig Achso der Der schießt dann auch noch Säure Zeug Geil Alter Ach das So sieht das aus Wenn er down geht Okay Und auch umhängt wie so ein Sack Kartoffeln Ja Okay Verstehe Und es soll dauerhaft Aus meinem Runder kratzen Wie hier Kräle Lagen Könnte ich den halt auch nochmal vernetzen Ach da ist noch so einer Na es sind immer drei Achso Und jetzt halt Das ist halt wirklich so Das ist unruhig Ich bring dich gleich wieder zum Boden Noch eine Stunde Normals ist es schon hingezweckt Wurde dass da rein zufällig Eine Railgun rumliegt Ich meine das ist Resident Evil Also Das ist genau wie der Obligatorische Raketenwerfer Ich bin jetzt mal ganz ehrlich Hier macht das gar nicht mehr Als im Original Da war es einfach Ein random Labor Wurde plötzlich reingestolpert Und da stand ein riesen Laborlaser rum Ich glaube an die Szene Der Enemies sogar Die habe ich mal irgendwo gesehen Ja Also das war total random So jetzt wo ich das Oh Hi Okay Ja eben Ihre Knie sollten eigentlich Mehl sein Wenn sie noch welche hat Naja immerhin hat Jill mal wieder Jetzt hier endlich mal Emotionen Das ist das erste Mal im Spiel Ja Ich meine sie ist da eine Die sie kennt Angepisst Äh Oh Achso Jetzt sagen wir mal Ah So Haben wir jetzt Weg mit dem Ob du das nie getroffen hast Komm Jill Du hättest ja Ws mal einen besseren One-Liner haben können By the way Das sollte Höchst unhygienisch sein Du hast höchstwahrscheinlich Corona Zu einem sehr hohen Ist das Blut Sie saugt das Blut Einfach auf Also mindestens Hat sie jetzt Asia-Tripper Ja Sie saugt das Blut Einfach Ihr Körper Absorbiert es Einfach Sie ist ein Super-Tampon Sie ist ein Super-Tampon Es dürstet Chill nach mehr So wie uns Chill ist wie ein Schwamm Blutschwamm Alter Okay Ich muss gestehen I kinda love that Ja Aber wenn du jetzt mal Überlegst So eine Railgun In Vendetta Ein Schuss Drei Hochhäuser Fünf Ranking Rocket Railgun Scheiße Eine Railgun Hast Mal davon abgesehen Was Also jetzt nur mal Kurz klarzustellen Railgun Besser Besser als Raketenwerfer Immer Ohne Ohne Irgendwelche Bedingungen Ohne Irgendwelches Wenn oder Aber Das ist so eine Regel Die könnt ihr euch für Immer merken Railgun Besser als Raketenwerfer Immer Period Wenn wir darüber diskutieren Möchte der glaubt Auch dass Zombies effektiver Als Geschworene Skelette Sind Das Nicht Auf Habt ihr das hier versprochen Oder Nein Hast du eine Ahnung Was du grad getan hast Weiß nicht Mir egal Mein Klient hat mir Bevollen Umbrella Auszuschalten Von nichts Ist besser Als Die Rakete wurde gestartet Ein Zombie König Naja Doch Ist halt auch Besser Schade Das du nicht hörst Mir hat das schon Beschworene Skelett Who hat schon das Kranken gewonnen Hat eben grad einfach nur Einmal so gegen den Kopf Gehauen Das sah gerade so aus Nach dem Motto Als hätte ich ihm einmal so Gegen den Kopf geklatscht Ach Kämpfer grad gegen Carlos Ja Die Hälfte von dem Moves machen keinen Sinn Ich meine Er hat gekickt ihn die ganze Zeit Gegen seine gepanzerte Weste Das bringt's Mach schon Du musst einfach Es geht nicht anders Und Ich hab definitiv Seinen Kopf getroffen Da bin ich mir sicher Das war ein klarer Headshot Ach diese Szene Ich kann nicht Näher rangehen Um abzudrücken Ja Ich kann nicht näher rangehen Und das Ding In den Kopf halten Weißt du Carlos könnte ihm das Genick brechen Sie können da einfach Ausstehen und hingehen Das hat doch noch verrückte Idee Sag Carlos Er soll loslassen Und dann halt drauf Schieß ihm ins Knie Du bist ein Narr Du bist ein Narr Wenn ich sterbe Erfährst du die Wahrheit nie Ein paar Ermittlungen machen wir nicht Das Spiel ist fertig Das Spiel ist fertig Durchgeschoscht Oh ne schnelle Rakete Sie haben die gute LED Rakete genommen Ich sag ja Wie schafft es das Wie schafft es das Spiel Dass die Cutscene Schlechter aussieht Als das Ingame Also als alles Ingame Du meinst die Atombombe Ja Du meinst die Atombombe Die es nicht schafft Ein Heli vom Himmel zu holen Obwohl die MP Alleine ausreicht Um ihn abzustürzen zu lassen Fairpoint Und das will eigentlich blind sein Müsste jetzt Beide müssten blind sein Na gut Chill würde auch noch Als Asche An der Wand kleben Ja stimmt Bis dann Raccoon Es ist nichts mehr davon über Nee Jill Das ist fucking Nukleare Strahlung Das ist was anderes Ich hab grad gelesen Die Ärsche Die Ärsche von Raccoon Ach ihr innerer Monolog Ja Nein Chill Es war ein Virus This Game Das ist enttäuschend Es ist Cutting Corners The Game Aber hey Wenn du jetzt die Musik skippst Kannst du ne Sekunde lang Auf Chris Hunt gucken Ja What? Du kannst das jetzt skippen Auch wenn da mal ne Sagen wir es einmal Für die Also ein Numian Wenn du dort liest Findest du da doch irgendwo Den Namen meiner Freundin Jetzt musst du nur suchen Ja man muss nur wissen Worunter sie steht Gibt's Gibt's irgendwelche Post Cutscenen Sachen Die ich jetzt hier sehen könnte Äh ja Wenn du jetzt skippst Kriegst du eine hinterher Geschmissen Die ist aber nicht der richtige Das ist halt nur ne Sekunde lang Chris Hunt Ja Und wie Chris halt Dieses Dings hier hat Gut ich hasse Credits Halt wir haben's Ich hab's mir halt angeguckt Wegen meiner Freundin Alleine Weil ich mir dachte so Ey komm Hä Was war das denn jetzt Rang C Ja don't give a shit Ist nicht so Als wenn ich das Spiel Nochmal anfassen würde Das Schlimme ist Es ist auch ziemlich Watschen Einfach auf da Auf ein S zu kommen Ja Woran liegt's denn Speichers Also Speicher Zahlen Äh du darfst Du darfst nur zweimal Speichern Du musst Zwei Stunden irgendwas Zwei Stunden 15 Maximal haben Da rennst du durch Ich mein Ich hab jetzt Das Spiel nicht mal gerusht Ja Der weiß was ich meinst Ja Ich hab gesagt Du bist innerhalb von vier Stunden durch Das waren jetzt fünf Stunden Yeah Aber Ne das waren vier Stunden Meine Also Ja Spielzeit Spielzeit ist was anderes Als ich hier hab Meine Aufnahme ist fünf Stunden Zwei Minuten Also Es ist enttäuschend Mit Mit der Engine Die sie hatten Hätte man so viel mehr machen können Vor allem Guck mal in den Shop rein Den du jetzt dann hast Oh boy Du wirst eine Menge Wieder aus sieben erkennen Haufen Zeug Wo mich ehrlich gesagt Nicht interessiert Shop wurde freigeschaltet Kaufen Unter Boni Ja Shop Ach guck mal Das Original Jill Outfit Ich hab siebentausend Erfolgsmünze Kommen dir die Dinger bekannt vor Oh mein Gott Oh mein Gott Das stellt die Gesundheit wieder her Diese scheiß Münzen aus ihm Oh nein Jetzt fühlt mir noch der Vogelkäfig Wo es reinwerfen kann Oh nein Durch kombinieren gewonnenere Munition im Inventar Ach guck mal Den Dietrich und das Den Kram kannst du dir jetzt also von Anfang an holen Ja Und wenn du das direkt von Anfang an hast Du spazierst unter 10 Minuten durch den kompletten ersten Markt Der Hot Dogger Oh mein Gott 1000 Grad heißes Messer vs. Nemesis Richtig Samurai Edge Die Raiden You know because it's Raiden Unendlich Boah Das war eine Menge Ist mir scheißegal Ich werd sowieso nie gebrochen Von daher Ich kauf mir einfach das Schnitzelmesser Ist mir scheißegal Ist das alles? Ja Ein Kostüm Was ich mir eventuell holen könnte Ein Haufen Zeug Wo Why? Für unendlich Waffen? In RE2 hat es ja wenigstens noch gehabt Du konntest die unendlich Waffen selber frei spielen Ja Indem du die Dings findest Oder halt Achievements schaffst Aber das hier So eine weit größere Kostümauswahl als das Und dann wieder mit diesen Münzen Am meisten Es fehlen wirklich einige Kostüme I want my Disco Chill And I want it now Ja Ich will Disco Chill haben Alleine nur um meine Freundin abzufacken Ach guck mal Jetzt verstehe ich So kriegst du also Punkte Basically in-game Achievements Richtig Ach Come on You're better than that Fazit overall Ziemlich enttäuschend Mhm Also Wirklich mit dem Was sie Man hat ja gesehen Dass sie's können Also ich weiß Das ist jetzt ein anderes Team Ja Also ne Das Ding ist halt Da hätte man auch die ranlassen sollen Die's können Aber dann ist wieder der Punkt Am Ende des Tages Hat Capcom das Abgenickt und gesagt Ist okay Mhm Also Das ist so das Problem Was ich hab Klar Die Entwickler ist immer wer anders Das ist klar So bin gleich wieder da Ich hab mir mal kurz was zu essen Aber Capcom hat's am Ende des Tages Abgenickt und gesagt Ja das ist okay Dieses Spiel hat leider Keinerlei Ja Furcht Druck Nichts von dem Was den Zweiten so gut gemacht hat Ich bring's mal runter Es hat absolut ne Persönlichkeit Ja Es hat null Persönlichkeit einfach leider Würde da nicht Resident Evil draufstehen Dann könntest du jeden Pillow In Sideshoe da reinstopfen Leider ja Klar Nemesis für diejenigen Die das Die den Originalteil gekannt haben Die wissen was los ist Und die wissen dass es ein Resident Evil ist Aber Und selbst da ist eine Enttäuschung Sorry Ja Also ganz ehrlich Der war keine Bedrohung Der hat dich Zweimal im ganzen Spiel Richtig Effektiv verfolgt Anstatt wie Mr. X Wo quasi Andauernd irgendwie Auftauchen kann Okay Andauernd ist auch nicht Richtig Später kommt er ja auch Nicht mehr so häufig wieder Er war ne längere Bedrohung Als das Er war vor allem ne Ne dauerhaftere Und ne längere Bedrohung vor allem Nemesis hat ja irgendwie Kaum Screentime hier Also im Seine Die meiste Zeit Du siehst ihn Dreimal durch ne Wand brechen Und am Ende Spam sie ihn Und da denkst du ja auch Na ach leck mich doch Vor allem Davon abgesehen Dass sie den einen Bossfight einfach mal Reused haben Das ist so ein Punkt Da verlierst du Mega viel Punkte Bei mir Wenn du Bossfights Reused Und gar Den Nemesis Der hat Besseres verdient Da hätten sie Wirklich lieber Das aus dem Original Übernehmen sollen Von mir aus Das wäre mir Lieber gewesen Da hätten sie Erstmal die halbe Stadt Designen müssen Aber dann Wiederum Man muss Also jetzt Das Spiel ist nicht Komplett Schlecht Die Mechanics Funktionieren Wenn das Spiel Denn mal funktioniert Aber wie gesagt Das ist halt so das Problem Das ist halt Scheiße Programmiert In dem Punkt Es ist halt noch Ja Du willst mir doch nicht Ich werde das nachher Mal prüfen Ich werde das Heute oder morgen Mal einfach abchecken Das Spiel Offline Nochmal quasi Nochmal spielen So ein bisschen Um zu gucken Ob es anders läuft Und dann Werde ich euch mal Irgendwie auf Twitter Berichten Ob es irgendwie anders ist Es wird wahrscheinlich Ein bisschen besser sein Ja Aber eigentlich Sollte das nicht Das Problem sein Weil Wie gesagt Ich habe ja Ich habe nebenbei OBS am Laufen Und OBS zeigt mir Wie mein CPU Ausgelastet ist Mein CPU Hat das die ganze Zeit ausgelacht Ich glaube Ich war nicht einmal Über 50% CPU Leistung Nimm mal 40% Und dann Kannst du mir nicht Sagen Dass es am Spiel Dass es an meinem Gear liegt Oder sonst was Vor allem wenn man schon Von mehreren Quellen hört Dass es in dem Sinne Probleme hat Ich bin enttäuscht Bin ich ganz ehrlich Aber Äh Ihr dürft diese Enttäuschung teilen Ich habe noch Ein Code Für Steam In dem Sinne Jetzt muss ich mal gucken Erstmal werde ich das Spiel Jetzt schließen Bevor mir Mein PC abfackelt Ich habe noch was